Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer & Wehner. Mein Name ist Christopher Lauer, ich bin aus Berlin. Ja, der, man nennt sich ja gerne selbst zuerst, mein Name ist Ulrich Wehner aus Berlin inzwischen. Neben mir Christopher Lauer, in der Tat der Publizist. Ja, neben mir Ulrich Wehner der bekannte Strafverteidiger aus Berlin. Du machst ja im Moment eine neue Kanzlei auf. Ja, ich bin der West-Berliner Strafverteidiger jetzt. Bist du jetzt wieder ein bisschen im Stress gerade? Positiver Stress. Als West-Berliner Strafverteidiger bin ich jetzt wieder etwas näher am Geschehen. Nein, ja, sehr schön. Wir haben eine sehr schöne neue Kanzlei gegründet. Mit dem Besten aus der Alten und dem Besten, was man noch hinzufügen kann. Und seitdem sind wir als H2W in Berlin-Charlottenburg tätig. Gut, das heißt ähnliche Tätigkeit, neue Firma und wenn man bei seinem, ich weiß nicht, warum er immer das Crystal Meth Lab einfällt, aber wenn man damit auffliegt und bei allen anderen Möglichkeiten, Sachen, wo der deutsche Staat der Meinung ist, man hätte eine Straftat begangen, kann man sich an dich wenden. Ja. So, Laura und Wehner, das ist ein Podcast und was uns wichtig ist beim Podcasten, das merke ich auch immer, wenn ich andere Podcasts höre, ist, dass wir möglichst niederschwellig einen Einstieg bieten. Das heißt, dass wir den Hörerinnen und Hörern, aber auch insbesondere den Neuhörerinnen und Hörern hier die Möglichkeit geben, einmal zu verstehen, was der Podcast macht. Und ganz traditionell ist Ulrich derjenige, der dann erklärt, was Laura und Wehner als Podcast so tut. Lieber Ulrich, was tun wir hier eigentlich? Gerne werde ich das erklären. Wir sind der Podcast zur Alltagsbewältigung und zwar bei Alltag meinen wir jetzt den Alltag, den politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Alltag. Vielleicht hilft es auch, den persönlichen Alltag zu bewältigen, aber wir möchten den Wahnsinn, der im Laufe einer Woche geschieht, dadurch aufarbeiten, dass wir ihn erörtern. Das ist Gesprächstherapie und dass wir ihn zerbröseln, auch analysieren genannt und dabei die Tatsachen von den Meinungen zu trennen suchen, sofern das möglich ist und sofern uns das gelingt. Und das Ganze innehaltend noch einmal von einer Meta-Ebene, ist vielleicht zu viel gesagt, aber noch einmal zu betrachten, noch einmal drauf zu schauen. Außerhalb des Momentes darauf zu schauen, was geschehen ist, das zu erörtern und dabei hoffentlich kluge Gedanken zu entwickeln. Das zu tun bietet die inzwischen abgelaufene Woche, die letzten sieben Tage ausreichend Anlass. Da ist Wahnsinniges im Negativsinne passiert und dem werden wir uns dadurch widmen, dass wir es betrachten, dass wir es filtern, was ist tatsächlich passiert, gucken, wer hat was dazu gesagt und es des Weiteren bewerten. Das heißt, wir sind der Podcast für das faktenbasierte Alltagsbewältigungsmaßnahmen-Paket. Paket, ja. Mir fiel kein Neutrum-Wort ein. Paket, Paket. Klimapaket. Klimapaket, so genanntes, kommt auch ab und zu vor in diesem Podcast. Wir sind die Assoziative, der Assoziativ sind wir auch. Also, mir ist auch nochmal aufgefallen beim Hören von anderen Podcasts, wir geben uns, glaube ich, schon auch nahbar. Also, wir machen klar, wir sind jetzt nicht irgendwelche komischen Nachrichtensprecher, die einfach einen Text runterdudeln, sondern wir sind natürlich auch Menschen, die den Alltag erleben und zur Alltagsbewältigung über Dinge reden müssen. Das habe ich ja beim letzten Podcast subsummiert unter der Formulierung, wir machen das halt vor allen Dingen auch für uns. Das soll hier natürlich nicht in eine wehleidige Gesprächstherapie ausarten, aber es ist tatsächlich so, wie du es richtig formuliert hast, die letzte Woche gibt reichlich Anlass dazu, sich zu fragen, ob es zum Beispiel überhaupt eine zivilisatorische Decke gibt. Also, ob der Mensch in dieser Art und Weise, wie er sich momentan verhält, nicht nur in Deutschland, sondern auch global, überhaupt, weiß ich nicht, eine nächste Evolutionsstufe erreichen sollte oder nicht. Und darüber muss man reden, abstrakt, konkret, auf der Metaebene. Und wir machen immer klar, das ist mir schon auch wichtig, wir haben jetzt auch nicht die Weisheit gepachtet, wenn wir Fehler machen, reden wir auch gerne darüber. Uns ist wichtig, und das ist mir nochmal klar geworden, mir ist wichtig, wenn wir was erklären, dass wir es auch wirklich so erklären, dass Leute, die vorher kein Wissen von irgendeinem Sachverhalt hatten, eine Möglichkeit gegeben wird, da einzusteigen. Weil das ist das, was mich zum Beispiel auch oft bei so klassischen Nachrichtensendungen aufregt, ist das falsche Wort, aber so stört, wenn du so 30 Sekunden Soundbites hast, wo dann, weiß ich nicht, gesagt wird, der Bundesgesundheitsminister trifft sich mit den Kassenärztlichen Vereinigungen in der nächsten Verhandlungsrunde zur Bepreisung der DRGs. Dann denke ich mir so, okay, das ist so voraussetzungsreich, da musst du so viel wissen. Dieser Satz funktioniert gar nicht, ja, wenn du überhaupt gar nicht weißt, worum es geht. Ja, guter Punkt. Das ist mir wichtig, dass wir als Podcast auch eine Möglichkeit geben, sich mit bestimmten Themen näher auseinanderzusetzen. Deswegen auch immer den Blogbeitrag, den ich dazu schreibe, lesen oder die Shownotes, wie man das neuerdings nennt. Shownotes. Da verlinke ich ja dann auch oft Artikel zu dem Thema, die wir auch benutzen natürlich, um uns auf diesen Podcast vorzubereiten. Ja, guter Punkt, wo ich nochmal ganz kurz tatsächlich in dieselbe Kerbe hauen möchte. Wichtig tatsächlich, dass wir versuchen jedenfalls, die Voraussetzungen für die Diskussion, die wir führen, selber auch zu schaffen. Das heißt, die Tatsachenvoraussetzungen nach Möglichkeit zu liefern, um es dann zu erörtern und wie du so treffend beobachtet und dann auch schön formuliert hast, ist es ja in der Tat so, dass wenn man ein Thema sich betrachtet, erst am dritten Tag, nachdem das aufgekommen ist, weiß man vielfach schon gar nicht mehr, worum es geht. Und das möchten wir dann gerne nochmal kurz rückblickend uns aneignen, euch übergeben, diese Aneignungsergebnisse und dann darüber reden. Und gerne machen wir das ja nach dem Kleist'schen Motto von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden. Da habe ich schon das ein oder andere Mal zitiert. Das ist ein Essay, das ich nicht wirklich verstanden habe von Kleist, aber den Titel finde ich gut, denn häufig genug werden einem Dinge klar, indem man sie erörtert. Wahrscheinlich ist es auch, habe ich auch nicht verstanden, Diskursethik, der Ansatz des Jürgen Habermas, habe ich nicht nur nicht verstanden, habe ich mich auch noch nicht intensiver mit befasst. Punkt. Ja, das machen wir. Ja, dann steigen wir mal ein und legen los mit einem Installment. Ich habe mir das ja auf iTunes zum Beispiel, kann man sich ja angucken, wann die Hörer in die nächste Kapitelmarke springen. Das hier ist so ein Moment, wo viele Hörer dann so wegspringen, wo ich darauf hinweise, dass man diesen Podcast unterstützen kann. Ich habe im Moment das Problem und das wäre jetzt auch ein Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, Leute, die sich mit so Statistikgeschichten auskennen, nicht Statistikgeschichten ist das falsche Wort, sondern die sich mit Tracking online auskennen. Da wäre ich mal auf, da würde ich mich tatsächlich über Ratschläge freuen. Folgendes Problem nämlich, ich habe dieses Podlove Plugin, über das wir unseren Podcast quasi ins Internet stellen und dieses Podlove Plugin bietet auch ein Analyse Tool, das zeigt, wie viele Downloads gibt es von diesem Podcast. Wobei dieses Podlove Plugin so vorgeht, dass es quasi jeden Versuch, die Datei herunterzuladen, wertet Podlove schon als vollen Download. Das bedeutet, du bist auf unserer Webseite, du klickst auf den Play-Button, ist für Podlove schon ein Download. Innerhalb von einer Stunde kannst du das dann so oft machen, wie du willst, damit es jetzt nicht jeder, der den Podcast dreimal unterbricht, sind dann keine drei Downloads, sondern nur eine. So, aber wenn ich mir dann gleichzeitig angucke, über das Analyse Tool von unserem Host da, wie viel Kilobyte und Megabyte so runtergeladen werden, wenn wir neue Podcast-Folgen veröffentlichen, dann habe ich da tatsächlich eine Diskrepanz von 100%. Ich will sagen, mir zeigen die Downloads im Internet doppelt so viele tatsächliche Downloads an, wie mir das Podlove Plugin tatsächlich rausgibt. Und ich habe da schon dann so 10% mal so abgezogen. Müssen wir mal Andi Scheuer fragen, wie man das berechnet. Müssen wir Andi Scheuer fragen, wie man das berechnet. Lange Rede, kurzer Sinn. Jemand, der einen tollen Vorschlag dafür hätte, wie man das ordentlich trackt, wie viele Hörerinnen und Hörer wir haben, da würde ich mich tatsächlich sehr freuen. Und ich werde mich da jetzt aber auch mal noch umhören bei anderen Podcasterinnen und Podcastern, die ich kenne. Und vielleicht finde ich dann für mich eine befriedigende Lösung, um herauszufinden, wie viele Hörerinnen Lau und Wehner tatsächlich hat. Diese Hörerinnen, also ihr, ohne euch wären wir ja nichts. Und ja, ist so. Und ich würde, wir beide freuen uns natürlich über eure Unterstützung. Unterstützen könnt ihr uns ganz einfach, indem ihr zum Beispiel auf iTunes geht und unseren Podcast bewertet. Weil egal, ob ich jetzt die Analytics von Podlove nehme oder von dem Server, ich weiß, ihr habt alle noch nicht eine Bewertung abgegeben. Das weiß ich einfach. Und das dauert nur 30 Sekunden. Und die Leute, die quasi in die Bonusrunde wollen, die können uns zum Beispiel Geld überweisen, indem sie einen Dauerauftrag einrichten. Oder wem das mit dem Dauerauftrag zu kompliziert ist, der kann einfach die Kohle über PayPal rüberschieben. Wir freuen uns über eure tatkräftige Unterstützung. Da gehört ihr zu einem kleinen, sehr elitären Zirkel. Das werde ich ja auch nicht müde zu sagen. Es ist ein strammer, harter Kern, der uns unterstützt, worüber wir uns sehr freuen und worüber wir sehr dankbar sind. Aber es ist einfach, egal, ob du jetzt die einfache oder zweifache Hörerzahl nimmst, es ist ein verschwingend geringer Teil. Und im Moment stagniert es auch tatsächlich. Das heißt, es kommen irgendwie nicht wirklich anscheinend neue Unterstützerinnen und Unterstützer hinzu. Es ist mehr so wie der Kern beim Apfel und nicht beim Avocado. Ja, genau. Da wollen wir hin. Wir wollen zu einem Avocado-harten Kern an Unterstützerinnen und Unterstützern, der ungefähr so groß ist wie, weiß ich nicht, die Stadt Bielefeld. So, das war der kleine Werbeblog, wo ich darauf hinweise, dass wir uns total darüber freuen, wie ihr uns unterstützen könnt. Und die Kontodaten und so findet ihr zum Beispiel auf der Webseite. Ich twittere sie aber auch immer ganz viel auf unserem Twitter-Account at lauerundwena. Dem könnt ihr natürlich auch folgen, wenn ihr ihm noch nicht folgt. So, jetzt sind wir beim ersten Thema. Das erste Thema ist ein sehr trauriges Thema. Ich habe mich ganz dem Thema angemessen auch vorbereitet und würde einfach vorschlagen, lieber Ulrich, dass ich direkt mal erzähle, was passiert ist. Ja, wenn du das Thema kurz bezeichnest, ist das Thema Halle. Ja, Halle an der Saale. Also sozusagen unser Hashtag dazu lautet Halle, aber es hat ja viele weitere Schichten. Und ja. Ja, also es begab sich zu der Zeit, dass es, oder anders, es gab diese Woche einen Terroranschlag in Halle und zwar einen rechtsextremistischen Terroranschlag. Was ist passiert? Am 9. Oktober, also jetzt vor drei Tagen, hat ein 27-jähriger Hallenser, heißt das dann, glaube ich, zwei Dinge getan oder mehrere Dinge getan. Dann erstens, was man vielleicht vorher noch sagen sollte, der 9. war Yom Kippur. Yom Kippur ist der höchste jüdische Feiertag. Und ja, also der höchste jüdische Feiertag, zehn Tage nach dem jüdischen Neujahrsfest, Rosh Hashanah oder so. Auf jeden Fall höchste jüdische Feiertag. Ein 27-jähriger Hallenser, dessen Name wir nicht nennen werden, Klammer auf, weil so ziemlich jede Forschung zu dem Thema zeigt, dass die Namensnennung des Täters dazu führt, dass noch mehr Leute dazu inspiriert werden, einen Anschlag zu vollüben. Darauf kommen wir auch noch später zu sprechen. Ein 27-Jähriger hat sich also entschieden, an Yom Kippur mit einem Mietwagen zur Synagoge in Halle zu fahren, in der gerade 80 Gemeindemitglieder zusammen mit ihrem Rabbiner Yom Kippur feierten. Und er wollte dann sich dort mit Waffengewalt Eintritt verschaffen in diese Synagoge. Der Täter oder der Terrorist hatte mehrere selbstgebaute Waffen, mehrere Kilo selbstgebauten Sprengstoff in seinem Auto, in seinem Mietwagen. Und der Täter, und deswegen weiß man das auch alles so genau, streamte seine Tat auch live über den Streaming-Dienstleister Twitch. Den kennen die meisten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich dadurch, dass Twitch benutzt wird, vor allen Dingen um Videospiele zu streamen live ins Internet. Aber es gibt auch, ja, also wenn man so Brettspiele mag, wie so Tabletop-Spiele, wie X-Wing oder so, solche Sachen werden auch über Twitch gestreamt. Warhammer-Spiele gibt es auch, die über Twitch gestreamt werden. Also Twitch ist ein Streaming-Dienstleister, der sich vor allen Dingen auf Gaming spezialisiert hat. Ist eine Tochter von Amazon. Er hat das also gestreamt. Diesen Stream haben laut Twitch fünf Personen live gesehen, also ein nicht besonders großer Personenkreis. Und 2000 Leute haben sich die Aufzeichnung, die Twitch automatisch anlegt, haben diese Aufzeichnung gesehen. Die Aufzeichnung ist mittlerweile aus dem Internet verschwunden. Journalistinnen und Journalisten haben sie sich aber angeschaut. Und sie geistert natürlich auch weiter im Netz rum. Ich möchte nicht den Inhalt, den der Täter oder die Dinge, die der Täter dort gesagt hat, zitieren. Aber ich glaube, wenn man es abstrakt kann, kann man es so beschreiben. Diese Tat sieht sich natürlich in einer Linie mit dem rechtsextremen Terroranschlag von Chris Church, wo ein Neuseeländer, ich glaube gebürtige Australier, darüber haben wir auch gepodcastet, in eine Moschee eingedrungen ist und dort ein Blutbad angerichtet hat mit deutlich mehr Toten. In der Synagoge in Halle feierten also 80 Leute Yom Kippur. Und der Täter versuchte also, sich Eintritt zu verschaffen, was ihm nicht gelungen ist zum Glück. Die jüdische Gemeinde sprach in einem Tweet davon, dass die Tür wie durch ein Wunder standhielt. Ich persönlich habe für mich noch nicht nachvollziehen können, ob die Tür tatsächlich besonders gesichert war oder ob es tatsächlich nur eine einfache Holztür war. Was ich dazu sagen kann, ist, ich habe diesen einen Teil des Videos, wo der Täter versucht, sich dort Eintritt zu verschaffen, gesehen. Und das wirkte auf mich, das ist jetzt schon so eine erste Bewertung, aber ich denke, das muss man schon so sagen, das gehört vielleicht auch so ein bisschen dazu, um zu verstehen, wie professionell oder unprofessionell er dort vorgegangen ist. Wobei das natürlich jetzt keine Kategorie ist, mit der ich so einen Terroranschlag bewerten will, aber einfach nur, um auch ein bisschen die Tat oder den Hintergrund besser verstehen zu können. Er wirkte da relativ unbeholfen und hat halt aus mehreren Metern Entfernung Schrotschüsse mit einer selbstgebauten Schrotflinte, also abgegeben auf die Tür. Ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen und Hörern schon Erfahrungen mit Schrotflinten gemacht haben. Hoffentlich nicht viele. Man kann solche Sachen ja zum Beispiel auf Schießständen benutzen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das positiv formulieren sollte, aber wenn man, ich versuche es mal abstrakt zu formulieren, wenn man jetzt versucht, eine Tür zu öffnen, dann sollte man es nicht so machen wie der Täter. Es war also tatsächlich Glück im Unglück und angewendete Dummheit beim Täter, dass die Tür also dem ganzen Stand gehalten hat. Und man muss dazu sagen, dass diese Waffen, die er dort gebaut hatte und die Munition, die er auch selbst gebaut hat, das hat alles nicht besonders gut funktioniert. Also es gab da mehrere Fehlschüsse und so, wo die Waffe dann auch nicht ausgelöst hat. In dem Video soll der Täter auch ein bisschen, also ein bisschen soll der Täter auch darüber fluchen, dass das nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Vielleicht ganz kurz zwei Ergänzungen, die mir dabei noch einfallen. Yom Kippur hast du ja auch schon gesagt, das höchste Feiertag, der nach dem, was wir wissen, auch von nicht praktizierenden, Anhänger einer jüdischen Glaubensgemeinschaft oder von nicht praktizierenden Juden zelebriert wird, dass es da also das Phänomen ist, das man auch in Deutschland hat an Weihnachten, dass da einfach alle in die Kirche gehen. Also das ist natürlich schon mal eine, ungefähr, ja, vielleicht eine Grundlage dafür, die Vorgehensweise, Zielrichtung dieses Mannes ergründen zu können. Das andere, dass ich da vor der Synagoge, ich weiß nicht, ob du das noch sagen wolltest, aber die Sicherheitsmaßnahmen waren sehr löchrig, sehr gering. Anders als man das zum Beispiel aus Berlin kennt, gibt es keine permanente Bewachung der Synagoge in Halle. Gab es keine, jetzt ist das natürlich anders, gehe ich mal von aus, gab es keine permanente Bewachung der Synagoge in Halle. Und auch an dem höchsten jüdischen Feiertag, an dem man sich mit Wikipedia-Konsultationen ausmalen kann, dass da sehr viele Menschen sind, gab es keine besondere, spezielle Bewachung, sondern die wurde bestreift, die Synagoge. Also regelmäßig fährt da mal so einer vorbei und schaut nach dem Rechten. Und die in der Synagoge versammelten Gemeindemitglieder sahen wohl zum Teil den Angriff über einen Überwachungsmonitor, den die jüdische Gemeinde zur Halle dort selbst installiert hatte. Und die rückten, so heißt es in der Süddeutschen Zeitung, dann vor diese Tür noch Tische und Stühle, um mehr Sicherheit zu haben. Und haben festgestellt, gefühlt hat es sehr lange gedauert, bis dann die Polizei erschien. Das geht so ein bisschen. 15 Minuten, sagte der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zur Halle. Und man kann auch so ein Protokoll nachlesen, dass der Notruf um 12.03 Uhr einging bei der Leitstelle. Und um 12.04 Uhr an die Polizeiinspektion Halle weitergeleitet wurde. Möglicherweise ist das dem Umstand geschuldet, dass der Ende 12.03 Uhr einging und 12.04 Uhr weitergeleitet wurde. Ansonsten ist jegliche Verzögerung da eigentlich nicht hinnehmbar. Und dann sind Polizeikräfte vor Ort. Ja, das Ganze, als er versucht einzudringen, spricht ihm wohl eine Frau an, die erschießt der Täter umgehend. Er schmeißt dann einen Molotow-Cocktail über die Mauer der jüdischen Gemeinde. Das war dann kurz die Ergänzung, die mir eingefallen war. Genau, also er wirkt von einer Frau, die, also erkennbar auch nichts mit der jüdischen Gemeinde, wobei man da ja sagen muss, das war ja noch sehr mutig von dieser Frau, wobei die das, was der da gemacht hat, anscheinend für das Rumknallen mit so Feuerwerk gehalten haben muss. Also das habe ich jetzt in einem anderen Artikel gelesen. Beziehungsweise, das steht hier in der Wikipedia drin, dass sie also, diese Frau, 40-jährige Frau, hat ihn einfach darauf angesprochen, dass er das lassen soll und erschoss sie dann, das ist jetzt natürlich auch schon eine Bewertung, erschoss sie dann, oder was heißt eine Bewertung, das bewertet sich selber, erschoss sie dann in den Rücken. Ja, was ja schon mal auch noch mal, ja, bewertet sich von selbst. Jemanden in den Rücken zu schießen, ist besonders hinterhältig, ja. Gut, dann, und das ist jetzt schon ein kleiner Vorgriff, denn der Täter, das ist das Gute, wurde festgenommen, hat sich jetzt mittlerweile gegenüber dem Haftrichter in Karlsruhe beim Bundesgerichtshof auch eingelassen zur Tat. Und sagte, und der Täter sagte wohl dort so, das ist jetzt ein Zitat aus einem Spielartikel, ja, das Ganze sei dann wohl etwas aus dem Ruder gelaufen, als er nicht mehr, als er nicht in der Lage war, in die Synagoge reinzukommen, was ich vom Täter eine sehr interessante Wortwahl finde, wenn man also vorhat, in eine Synagoge einzudringen und dort möglichst viele Menschen umzubringen. Also, und es ist dann insoweit, um da in der Diktion des Täters zu bleiben, aus dem Ruder gelaufen, dass er dann wohl noch zu der nächsten Dönerbude gefahren ist, die er wohl finden konnte. Er hat versucht, dort auch einen Molotow-Cocktail reinzuschmeißen, was ihm nicht gelungen ist, weil der selbstgebaute Sprengsatz-Molotow-Cocktail ist an der Tür des Döners abgeprallt. Und dann hat er angefangen, in diesen Döner reinzuschießen. Und dabei wurde ein Mensch erschossen. Und dann muss es wohl so gewesen sein, dass die mittlerweile verständigte Polizei dann auch mal kam und er sich mit der Polizei eine Schießerei wohl geliefert hat. Also da tatsächlich eine Schießerei. Das sage ich deswegen, Klammer auf, weil es direkt wieder viele Medien gab, die dann in Eilmeldungen berichtet haben, es gäbe eine Schießerei in Halle. Wobei man sagen muss, zu einer Schießerei gehören immer zwei Personen. Jemand, der einen Amokläuf macht und dabei nicht beschossen wird, liefert sich keine Schießerei. Die Polizei also eröffnet das Feuer. Er steigt in sein Auto, flüchtet. Auf der Flucht ist der Täter dann in eine Kfz-Werkstatt gefahren, wollte dort ein neues Fahrzeug haben, hat dort dann auch zwei Menschen verletzt. Das ist einem sogar wohl schwer, musste notoperiert werden, sind jetzt aber stabil. Und dann stahl er ein Taxi und floh über die A14 und A9 Richtung Süden. Und dann wurde er so gegen 15.20 Uhr, 15.30 Uhr von der Polizei mit Unterstützung des Sondereinsatzkommandos, das ist jetzt ein schöner Satz hier in der Wikipedia, nahe einer Baustelle an der B91 zwischen Ferschen und Däuben im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt festgenommen, nachdem er mit dem Taxi einen Verkehrsunfall ohne Fremdeinwirkung verursacht hatte. Das heißt, der Täter muss wohl so druck gewesen sein, anders kann ich es jetzt leider nicht formulieren, dass er also ohne Fremdeinwirkung sein Auto so fahrunfähig gemacht hat, dass die Polizei dann halt in der Lage war, ihn zu stellen. Ja, wie ging das dann weiter? Der Mann wurde verhaftet. Der Generalbundesanwalt hat sich der ganzen Sache relativ schnell angenommen, weil relativ schnell klar wurde, dass es sich hier um einen rechtsextremistischen Terroranschlag handelt, ohne wie gesagt den Täter wiederholen zu wollen. Aber in seinem Stream äußerte der Täter so rechtsterroristische Verschwörungstheorien dahingehend, dass ja das Unglück der ganzen Welt an den Juden hängt und deswegen wolle er da jetzt mal ein Zeichen setzen und so. Damit reiht er sich ein, wie auch schon gesagt, in so andere Anschläge auf Synagogen, wie zum Beispiel in, ich glaube, Pennsylvania war das ja. Aber er reiht sich natürlich auch ein in der ganzen Ausführung der Tat in die Geschichte da in Christchurch, die sich gegen Muslime... Er hat ein sogenanntes, von ihm so bezeichnetes Manifest veröffentlicht, in, wie es hieß, schlechtem Englisch, also fehlerhaftem, falschem Englisch. Ein paar Sachen gesagt, die sich mit solchen Weltherrschaftsverschwörungstheorien auseinandersetzen oder die da wild in den Raum stellen. Das sind die Untermalungen, das Beiwerk zu seinem sichtbaren Handeln gewesen. Ja, jetzt wäre also so viel zum Tathergang und was passiert ist. Ja, der Generalbundesanwalt hat sich dem angenommen. Er ist mittlerweile dem Haftrichter in Karlsruhe über den Bundesgerichtshof vorgeführt worden. Hat sich dort, und das hat mich sehr gewundert, mit seinem Anwalt eingelassen gegenüber dem Haftrichter. Wir analysieren das ja auch immer aus der Strafverteidiger-Perspektive, weil Ulrich einer ist. Wir machen uns, also wir sind die Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts, es sollte klar sein, wir sympathisieren in keiner Weise mit dem Täter, im Gegenteil. Aber ist das aus Sicht des Strafverteidigers so clever, sich schon direkt gegenüber dem Haftrichter in irgendeiner Form einzulassen? Ich pflege auf die typischerweise auf Partys aufkommende Frage oder im Smalltalk aufkommende Frage. Nachdem ich gesagt habe, was ich beruflich mache, dann kommt immer die Frage auf, ja, verteidigst du jeden und was machst du denn, wenn die wirklich schuldig sind? Dann sage ich typischerweise, im Prinzip verteidige ich jeden, wo mein Einsatz sinnvoll ist, denn ich verteidige ja nicht die Tat, sondern den Menschen und ich verteidige, würde verteidigen, das ist jetzt nicht meine Spezialisierung, ich würde verteidigen sehr vieles, wo man sagen würde, Gott, wie eklig. Und wo ich aber nicht tätig werde, ist, wenn jemand rechtsextreme Motive hat, dann werde ich nicht tätig, aber gut. Dennoch hier in dem Fall, was dazu sagen kann ich schon, also dem ist sowieso nicht zu helfen, da kann man sich auch einlassen, kann man sich auch im Ermittlungsverfahren sofort einlassen. Ansonsten ist die Grundregel, dass man erstmal schweigt und guckt, wie die Vorwürfe denn lauten und formuliert werden, das ist sozusagen die absolute Notversorgung bei Beschuldigten, gerade bei solchen, die in Untersuchungshaft geraten, dass die schweigen müssen. Alles andere ist in mindestens 99 Prozent der Fälle Unsinn. Da muss man schweigen. In dieser Situation, wo die Täterschaft wohl schwerlich infrage gestellt werden kann, selbst in dieser Situation wäre es sinnvoll zu schweigen, denn die Motivlage ist natürlich das, was das Tötungsdelikt als solches, den Totschlag vom Mord unterscheidet, also welche Weggründe hatte der Täter. Und wenn er sich jetzt hier äußert, dass er, was er wohl getan hat, möglichst viele Juden umbringen wollte, dann hat er das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe jedenfalls sofort schon erfüllt durch seine Aussage, kommt er auch nicht mehr runter, kann das Geständnis nochmal widerrufen, wird nichts draus. Also ja, das ist also taktisch, wenn man jetzt mal davon absieht, dass der wohl sowieso in einer geistig, völlig verqueren, verwachsenen Liga spielt, ist losgelöst davon... Womit wir ihn jetzt nicht pathologisieren wollen, sondern aber der ist wahrscheinlich voll zurechnungsfähig, aber der lebt halt tatsächlich in einer anderen Welt. Das ist alles so daneben per se. Davon abstrahierend, dass das alles sowieso daneben ist, ist es obendrein und losgelöst davon natürlich völlig dämlich, sich dann auch noch gleich der Polizei zu offenbaren. Aber das Ganze ist so dämlich, dass das nicht mehr speziell dämlich ist. Das passt halt ins Bild. Eigentlich ist es fast ein Euphemismus. Das Ganze ist so verfehlt, dass auch diese Äußerung zunächst einmal verfehlt ist, passt ins Bild, wie du sagst, wenn er hat offenbar ein Äußerungsbedürfnis. Ja, das da... Aber gleichzeitig scheint es auch von einer extrem... Also es liegt der Verdacht ziemlich nahe, dass der sehr, sehr dämlich ist. Sehr dumm wohl. Ja, das weiß ich nicht. Wir müssen aufpassen. Da kommen wir nachher nochmal in der Bewertung drüber rein. Ich wurde ja auch, wenn du auf Twitter bist und viel twitterst, dann wirst du ja auch viel für den Ball deine Sprache kritisiert. Deswegen war es mir nochmal wichtig, dass ich darauf hinweise, dass es uns nicht um eine Pathologisierung des Täters geht. Und das mit dem Thema dumm, ob der jetzt formal unintelligent oder so war, weiß man nicht. Wir reden nachher nochmal drüber, weil was ich wirklich sehr bemerkenswert finde, ist die Diskrepanz zwischen Planung der Tat, weil der Täter muss wohl schon seit Monaten daran gearbeitet haben. Also hat sich seit Monaten damit beschäftigt, diese Waffen selber zu bauen, hat die wohl nach eigener Aussage auch getestet und so weiter. Und dann quasi einerseits diese Akribie und dann gleichzeitig aber diese glücklicherweise, zum Glück Unfähigkeit bei der Tat. Also nicht, dass ich das jetzt besonders schlimm fände, dass die Tat dann, dass es am Ende so glimpflich gelaufen ist, wie es ist. Wobei man sagen muss, die Leute, die da schwer verletzt worden sind, werden wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang von diesen Angriffen gezeichnet sein. Da wurden zwei Leute vollkommen zufällig ausgewählt, auch aus dem Leben genommen. Die werden auch Angehörige und Freunde haben. Das ist auch kein Spaß. Die 51 in der Synagoge versammelten Menschen. Und ich gehe davon aus, jeder, der eine Synagoge betritt, jeder, der als Jude zu erkennen ist, als Angehöriger jüdischen Glaubens zu erkennen ist, für den ist das sehr traumatisch. Ja, das ist essentiell. Also wenn jetzt plötzlich in dem Land, ja, weiß ich nicht, wenn ich in einem Land lebe, in dem alle dunkelhäutig sind und die sich entscheiden, alle Weißen werden jetzt, oder sich da immer mal wieder einer entscheidet, ein paar Weiße umzubringen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass mich das sehr traumatisieren würde. Ebenso wie ich mir vorstellen kann, dass wenn ich Jude in Deutschland bin und zuweilen schießt mal einer auf eine Moschee und versucht da einzudringen und nach Möglichkeit möglichst viele zu töten, das schafft, ja. Also Geschädigte dieser Tat, unmittelbar Geschädigte sind nicht nur die zwei Todesopfer und die drei oder vier mehr oder weniger Schwerverletzten, sondern da gibt es unmittelbare Opfer, Geschädigte dieser Tat. Marina Weißband. Ja. Marina Weißband hatte darüber getwittert, die war ehemalige Piratin, jetzt glaube ich bei Bündnis 90 Die Grünen. Ich kenne sie auch noch von der Piratenpartei, hatte auch darüber getwittert, dass sie natürlich jetzt tierischen Schiss hat, mit ihrer Tochter in die Synagoge zu gehen. Igor Levit, den ich ja auch sehr gut kenne, twitterte auch darüber, dass das natürlich die totale Volk-Katastrophe ist. Also, und der Zentralrat der Juden hat es ja auch vollkommen richtig sehr stark kritisiert, dass es da noch nicht mal an Yom Kippur eine Bewachung der Synagoge gibt. In einer Zeit, wo ja selbst das Bundeskriminalamt und der Bundesverfassungsschutz sagen, ja, der Rechtsextremismus in Deutschland, es hat eine neue Qualität, wir haben irgendwie 24.000 gewaltbereite Rechtsextremismen, Misten, die sich auch bewaffnen und so, in einer Zeit, wo wir Menschenjagden in Chemnitz hatten, wo wir den Mord erst in diesem Jahr hatten an Dr. Walter Lübcke. Also die Einschläge kriegen eine höhere Taktung und da kriegen wir vielleicht jetzt auch noch mal den Schlenker hin, weil mir geht es natürlich noch um eine, vielleicht, dass wir auch mal so das mediale Echo noch versuchen zu beschreiben, weil das ist ganz interessant. Zunächst, was ich wirklich sehr bemerkenswert fand, war, dass dann wieder von Einzeltätern, also von einem Einzeltäter die Rede war, das mag richtig sein, wenn man sagt, dass es nur eine Person gab, also nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen gibt es nur eine Person. Im engeren Sinne ist es womöglich zutreffend, ja. So, im engeren Sinne ist es wohl zutreffend, es waren jetzt nicht drei Leute, die da irgendwie diesen Terroranschlag gemacht haben, sondern eben einer, aber wenn man sich halt eben anguckt, wie diese ganzen, ja, Rechtsextremisten sich über das Internet radikalisieren, wie diese Anschläge immer einem bestimmten Muster folgen, dann kann man, dann ist es ja vollkommener Quatsch, davon zu reden, dass es sich hierbei um einen Einzeltäter handelt, einen Professor für Straf, nicht Strafrecht, aber auch Kriminologie. Ich habe mir da einen Bookmark gemacht. Der Henning Ernst Müller ist Professor für Strafrecht, Kriminologe, Jugendstrafrecht und Strafvollzug an der Universität Regensburg. Der twitterte dazu sehr treffend, die Kategorie Einzeltäter stammt aus der Zeit der RAF, das organisierte Zusammenwirkung mehrerer sei Kriterium für echten Terrorismus, also echten, in Anführungszeichen, Einzelakteure seien Gegenindiz. Dies gilt aber schon seit 20 Jahren nicht mehr. Virtuelle Netzwerke über ermöglichen durchaus Terrorakte Einzelner. Also dazu quasi noch den aktuellen Stand aus der Forschung. Aber ich fand das tatsächlich sehr bemerkenswert, weil nach jedem dieser Anschläge heißt das erstmal Einzeltäter. In Kassel hieß es ja auch Einzeltäter beim Mord an Dr. Walter Lübcke. Danach wurden aus dem Umfeld des Täters weitere Leute verhaftet, die eben ja im dringenden Tatverdacht stehen, da den Mörder oder den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke da unterstützt zu haben. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der Einzeltäterbegriff, der da im Raum herumgeistert. Ganz sicher, wie du ja auch schon gesagt hast, gibt es da die gemeinschaftliche Tatbegehung gegenüber dem Einzeltäter, der Einzeltäterschaftlichen Tatbegehung im ganz engen Sinne. Und das ist das, woran das Strafgesetzbuch, das ja nun auch schon sehr alt ist, gedacht hat, als es die verschiedenen Beteiligungsformen an Straftaten geregelt hat. Nämlich also die Alleintäterschaft, die Mittäterschaft und die mittelbare Täterschaft. Mittelbare Täterschaft ist auch eine ganz interessante Figur, Rechtsfigur. Aber die haben eben der Gesetzgeber selbst und im Zuge dessen die an Recht und Gesetz gebundenen Gerichte gehen seit 100 Jahren davon aus, dass von so einem Bild, das noch geprägt war, von der Räuberbande. Und da war halt der Unterschied, geht da einer alleine in die Bank und versucht, alles alleine zu machen oder hat da einen, der die Bank ausgespäht hat und dann gleichzeitig mit ihm vor der Tür steht und ausspäht und dann hinterher die Kutsche fährt, mit der die abkommen. Das ist die Frage, so grenzt das Gesetz auf dieser methodischen, auf dieser tatsächlichen Grundlage ist die Methode entwickelt, um den Einzeltäter von der mittäterschaftlichen Begehungsweise abzugrenzen. Und da ist auch, was Herr Professor Müller sagt, vollkommen richtig, das muss man neu denken. Ob das jetzt der, also der Einzeltäter ist jetzt nicht dadurch schon identifiziert, dass da am Tatort kein anderer war. Punkt. Schöner Gedanke in traurigem Umfeld, guter Gedanke. Zu dem man noch dahingehend ergänzen kann, und das ist ja eine Lehre aus dem NSU, auch der ganzen NSU Untersuchungsausschüsse, ich habe das schon mehrmals hier zitiert, in diesem Podcast zitiere es aber immer wieder auch gerne, der Clemens Bindinger, damals von der CDU, war dann auch der Obmann im NSU Untersuchungsausschuss, der war auch im Abgeordnetenhaus, und diesen Satz werde ich tatsächlich nicht vergessen, deswegen bringe ich ihn auch immer wieder, dass er gesagt hat, eine Lehre aus dem Untersuchungsausschuss im Bundestag war, die Rechten brauchen keine Bekennerschreiben, also das ist eine Szene, die versteht das auch so, und da ist die Tat quasi und die Wahl des Ziels, zum Beispiel eine Synagoge, zum Beispiel eine Moschee, zum Beispiel ein türkischer Blumengemüse, was auch immer Händler, da spricht dann die Tat für sich, die brauchen nicht die große Aufmerksamkeit in dem Sinne, nach dem Motto, dass jetzt auch Kreti und Pleti wissen, das war ein rechtsextremer Terroranschlag, sondern denen reicht es, wenn die Szene weiß, das war ein rechtsextremer Terroranschlag, und denen reicht es, wenn, ja, weiß ich nicht, türkische Gemüsehändler, jüdische Gläubige, weiß ich nicht, als anders aussehend wahrgenommene Menschen, wenn die alle in Angst und Schrecken leben, weil sie Angst haben, dass gewaltbereite Nazis im Land leben, die im Zweifelsfall eben einen Terroranschlag verüben. Wie geschmacklos das ist in der rechten Szene, und da habe ich mich dann, Klammer auf, auch wieder gefragt, warum man gegen sowas nichts tun kann. Ich wurde in dem Zusammenhang, weil ich auch darüber getwittert habe, dass ich das so furchtbar finde mit dem Einzeltäter, wurde ich von einer Followerin oder einem Follower darauf hingewiesen, dass es in der rechten Szene tatsächlich T-Shirts gibt, auf denen steht vorne drauf national, neues Wort, Sozialist, und hinten steht drauf politisch motivierter Einzeltäter in so einer Frakturschrift. Und ich hielt es am Anfang für Photoshop, und habe dann tatsächlich ein bisschen rumgesucht, also das heißt tatsächlich ein bisschen rumgesucht, du musst tatsächlich nur politisch motivierter Einzeltäter-T-Shirt googeln, und dann findest du sofort einen Internet-Shop von einem Rechtsextremisten, anscheinend ehemaliges NPD-Mitglied, der verkauft diese T-Shirts. Und da muss ich halt tatsächlich sagen, wenn schon die rechte Szene sich über diese Bezeichnung Einzeltäter oder politisch motivierter Einzeltäter lustig macht, und da natürlich auch ganz klar dann anscheinend sympathisiert, weil sonst würde man sich solche T-Shirts nicht anziehen, dann sollte man doch als Medien, aber auch als Behörden es tunlichst vermeiden, diesen bescheuernden Begriff Einzeltäter noch zu verwenden, und daran anschließend ist mir auch erst klar geworden, in der Beschäftigung mit diesem Terroranschlag von Chris Church, diese Bezeichnung des sogenannten Lone Wolf, der einsame, der sogenannte einsame Wolf, das ist auch ein Begriff und ein Denkkonstrukt, das von einem US-amerikanischen Rechtsextremisten geprägt wurde, und quasi auch genau dafür designt wurde, um diesen rechtsextremen Terror eben nicht wie aus der Gruppe praktizierten Terrorismus aussehen zu lassen, das ist der sogenannte führerlose Widerstand, und ja, von dem Hintergrund finde ich es halt einfach krass, dass dann Medien von Einzeltätern sprechen. Wenn man dann noch einmal Sprachkritik, wir sind ja auch Podcasts für die Sprachkritik, wenn man dann Sprachkritik an dem Begriff politisch motivierter Einzeltäter ansetzen lässt, kommt man ja zum Ergebnis, ist das ja ein Oxymoron, kennen wir alle noch aus dem Englischunterricht, ein in sich widersprüchlicher Begriff, der schwarze Schimmel, der einerseits politisch motiviert, andererseits Einzeltäter, das ist ein Begriffspaar, ein Begriffstriplet, das sich selbst widerspricht, wer politisch motiviert ist, ist im engen Sinne, im weiteren Sinne kein Einzeltäter, das heißt also, sehr guter Punkt, weil man auf einer Basis politischer Motivation arbeitet, auf einer Basis des politischen, tut zwar weh, das politisch zu nennen, aber dieses verquasten politischen auf dieser Basis handelt und dann zur Tat schreitet, das ist also im Grunde genommen, so wie er jetzt benutzt wird, der Begriff politisch motivierter Einzeltäter eine einfach unkritische Falschdarstellung, wenn man aber das sich genauer anschaut, was ist der politisch motivierte Täter, dass man damit ungewollt schon recht gut abbildet, wie hier eine gemeinschaftliche Tatbegehung, nämlich auf der politischen Basis von einem Björn Höcke agierend, Du meinst den Faschisten Björn Höcke? Den Faschisten Björn Höcke, den ganz eindeutig faschistischen Björn Höcke, der nämlich faschistisch seiner Äußerungen und Gedanken, geäußerten Gedankenwegen ist und seiner inneren höchstwahrscheinlich auch, da fällt der Beweis auch leicht. Ja, jedenfalls, das ist die Basis, deshalb ist der politisch motivierte Einzeltäter zwar eine begriffliche Verirrung, aber gleichzeitig auch ein Zufallstreffer, der es zutreffend beschreibt, dass da jemand losgeht auf der Basis von sogenannter Politik. Ja, dann noch gab es eine Äußerung. Stimmen. Wir kommen zum Unterkapitel Stimmen zum Anschlag. Da würde ich gerne eine Sache sagen, weil es mir so unter den Nägeln brennt, wäre ja in diesem Fall, wenn es mir so unter den Nägeln brennt und weil er mit einem anderen Thema, nämlich der europäischen Lösung für gerettete Geflüchtete, schiffbrüchige, zuvor schiffbrüchige, dann gerettete Geflüchtete mit einer europäischen Lösung so vorgeprescht ist, dass selbst Parteimitglieder ihn angefallen haben. Jedenfalls Horst Seehofer, Bundesinnenminister Horst Seehofer, den würde ich gerne gestattest, an die Spitze derjenigen, die sich geäußert haben, stellen. Man muss bei Herrn Horst, Bundesinnenminister Horst, Heimatminister Horst Seehofer in Rechnung stellen, dass er die AfD ja als politische Konkurrenz betrachtet, aber dennoch hat er sich einfach sehr scharf und, soweit ich das mitbekommen habe, auch sehr eindeutig geäußert zu den Ereignissen in Halle und eindeutig möglicherweise möchtest du gleich fortfahren mit jemandem, der sich missverständlich geäußert hat. Jedenfalls Herr Seehofer hat von geistiger Brandstiftung gesprochen. Er hat die Tat als Schande für unser ganzes Land bezeichnet. Er hat gesagt, wir müssen der Wahrheit ins Gesicht blicken. Die Bedrohungslage durch Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in Deutschland ist sehr hoch. Er hat des Weiteren gesagt, er sehe AfD-Politiker als geistige Brandstifter an und das gilt nicht für alle, sagte er, aber wenn ich so einige Reden mir anhöre, vor allem auch Veröffentlichungen, kann man im Ernst nicht bestreiten, dass bei einigen auch die geistige Brandstiftung stattfindet. Und er hat diese Art sich zu äußern, den Hass hat er wörtlich als einen Vorläufer von tatsächlicher Gewalt bezeichnet. Begrüßenswert klare Worte vom Bundesinnenminister, der ja sachlich auch durchaus zuständig ist, als Dienstherr auch des Herrn Generalbundesanwalts und seiner Behörde. Der Generalbundesanwalt ist doch BMJ, oder? Entschuldigung. Völlig richtig, das untersteht, unterstand ja damals Heiko Maas, der da den, ja und so weiter. Das nehmen wir zurück, aber für die Ermittlungsbehörden im Übrigen natürlich zuständig ist. Bundeskriminalamt. Und das nach einem, das nach einem, ja, nachdem er sich also wirklich empörend angestellt hat im vergangenen Jahr, scheint da so eine Altersweisheit einzutreten. Wie dem auch sei, muss es ja gar nicht irgendwie psychologisieren und analysieren, er hat jedenfalls erfreulich klare Worte gesagt. Er hat gesagt, Hate Speech folgt, ist immer ein Vorläuf von tatsächlicher Gewalt. Und er hat das Ganze auch richtig, wie ich finde, richtig verbunden, also die Trias, Antisemitismus, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus. Man könnte noch sagen, Ausländerfeindlichkeit, das ist aber wahrscheinlich darin, also kann man auch sagen, das ist darin umfasst, aber dass man das als einen Formenkreis betrachtet, das ist gut und wichtig, was man ja eben auch hier sieht, dass diese Person in Halle, als es an der Synagoge nicht geklappt hat, einen Menschen in einem Dönerimbiss erschießt. also das ist ja nun augenfällig, welches Geistes Kind dieser Mensch ist, das ist nicht nur der Antisemitismus, den er im Augen hat, sondern auch Rassismus ist ja auch ein schwieriger Begriff, jedenfalls eine Xenophobie oder was auch immer, jedenfalls ist dem das völlig egal, der ist gegen alles, was nicht gewürtig in Halle ist, wahrscheinlich seit dritter Generation oder Hundertster. Ich glaube, man kann das noch weiter formulieren und ich denke, da darf sich auch niemand, der vielleicht, weiß ich nicht, irgendwo im Grunewald sitzt oder in, wie heißt dieses Edelviertel da in Hamburg? Blankenese? Ja, also oder HWC Hude? HWC Hude, nein, es gibt ja, sag ich mal, genug Leute, denen der Rechtsextremismus in Deutschland auch so ziemlich am Arsch vorbeigeht, weil sie sich denken, naja gut, ich bin da ja eh nicht von betroffen. Und weil es natürlich auch tatsächlich sehr gruselig ist. Gleichzeitig muss man sich aber verdeutlichen, dass sich die Gewalt dieses Täters in Halle, aber auch die Gewalt anderer rechtsextremistischer Terroristen halt gegen alle richtet, die ihnen persönlich jetzt mal gerade nicht in den Kram passen. Ja, also ich würde das, ich meine, das ist ein vollkommen richtiger, sehr guter Hinweis von dir, aber ich würde das halt einfach noch weiter, breiter formulieren, das muss allen klar sein, dass diese Menschen, wenn sie so machen könnten, wie sie wollen, denen geht es dann auch einfach darum, alles, was Widerspruch leistet, muss weg. Das ist ja, wenn Björn Höcke darüber redet, dass er, dass wir nach einer, wie auch immer gearteten Revolution, einer nationalsozialistischen Revolution, die er sich anscheinend wünscht, dann auch einige Volksteile, wie er das formuliert, verlieren werden, dann ist klar, diese Leute wollen im Endeffekt halt einfach Säuberungen nach ihren festgelegten Kriterien. Ja, die würden auch Renate Kühnast exekutieren wollen und da schließt sich dann der Kreis, dass nämlich der, die Handlung, der, dem Wort folgt, die Handlung, die Ausführung des verbalen Hasses ist das und da sind nicht alle permanent in Gefahr oder es kann jeden treffen, wenn man sich diese Muster rechtsextremen Terrorismus in den USA, in den Vereinigten Staaten von Amerika anschaut, dann sieht man ja, dass es jetzt nicht unbedingt unmittelbar die Synagoge sein muss, es kann auch der Schwulenclub sein, die Schwulendisco sein, es kann aber auch ein Kino sein, in dem sich Leute einen Film anschauen, den der spätere Täter dann für schlecht hält, also das heißt, es ist die durch Hass geäußerte Intoleranz, die zu diesem Ergebnis führen kann und hier geführt hat und dieses Risiko ist vorhanden und das Geistige Brandstiftung, ich weiß gar nicht, wo dieser Begriff herkommt, das war Wolf Hochhut, glaube ich, weiß ich nicht genau, aber jedenfalls trifft es das, falls es jetzt kein belasteter Begriff ist, geistiger Brandstifter, jedenfalls trifft das, während wir beide die Redaktion fragen, trifft das ja dieses Phänomen sehr, sehr gut, also wer Bücher verbrennt, verbrennt ziemlich zügig auch Menschen, was Heinrich Heine ja schon festgestellt hatte und wer geistig verroht, stiftet den geistig den Brand und ich höre gerade aus der Redaktion, dass die Wikipedia sagt, dass eine frühe Verwendung sich 1849 in den deutschen Fahrten findet, ich weiß jetzt aber nicht, was das für ein Buch ist, aber da gibt es den Satz, während der Revolution und da sie nach dem Urteile der Feinde geistige Brandstifter waren, so ließ sie Kampe an Ort und Stelle so sehr brandschatzend das, also geistige Brandstifter ein Wort aus dem 19. Jahrhundert. Ja, erfreulich und als einer der großen geistigen Brandstifter werden führende Nationalsozialisten gerne bezeichnet, also als einer, der das im schlimmsten Sinne perfektioniert hat, der Doktor aus dem Rheinland, Josef Goebbels und ja, geistige Brandstiftung kann man also offenbar verwenden, trifft es dann auch sehr gut. Also Horst Seehofer Ja, ich bin überrascht, was im Moment mit Horst Seehofer los ist, jetzt gibt es natürlich Abzüge in der B-Note, denn was jetzt auch passiert ist, dass es gleichzeitig wieder Forderungen gibt seitens der Politik, dass man ja die Befugnisse des Bundeskriminalamtes und des Verfassungsschutzes ausweiten müsste, das ist in meinen Augen auch mit der Perspektive des Innenpolitikers, der ich ja mal war, eben vollkommener Quatsch, weil diese ganzen Befugnisse zwar dazu führen, dass man ganz tolle Möglichkeiten hat, auch Rechtsextreme zu überwachen, aber die Frage ist halt tatsächlich, wann handelt man denn? Ich formuliere das mal abstrakt, ich war ja auch Mitglied einer G14, nee, nicht G14, G10-Kommission und im Zuge dessen habe ich also auch an Beschlüssen mitgewirkt, dass Menschen in Berlin vom Berliner Verfassungsschutz überwacht werden und dann kannst du dir als G10-Kommission um dem Verfassungsschutz mal auch ein bisschen auf die Finger zu gucken, kannst du dir auch mal so eine Überwachungsmaßnahme angucken, dann wirst du da in so einen Kabuff geführt und dann kriegst du dann so Ordner gezeigt und in diesen Ordnern sind dann zum Beispiel Gesprächsverläufe drin, auf was für Plattformen gehe ich jetzt nicht weiter ein. Langer Rede, kurzer Sinn, da reden dann also Menschen über das, das würde man wahrscheinlich als kleinkriminell bezeichnen, was ich da so gelesen habe, über die gemeinschaftliche Begehung von Straftaten, die Frage ist dann halt einfach, wann schreitet man ein, also ist man der Meinung, man muss das alles die ganze Zeit beobachten oder ist man der Meinung, schreitet man ein und meine Kritik... Möglichst lange beobachten ist so ein bisschen Vertriebskonzept der Berliner Politik. meine Kritik da am Landesverfassungsschutz in Berlin und wahrscheinlich auch gilt wahrscheinlich auch für das Bundesamt für den Verfassungsschutz ist halt, dass da zu lange zu viel beobachtet wird und man in meinen Augen am besten auch rechtsextreme Strukturen dadurch bekämpft, dass man sie bekämpft und nicht, dass man sie beobachtet und dann noch durch das Zahlen irgendwelcher Vergütungen für V-Leute noch quersubventioniert. Gibt es ja auch mittlerweile schöne Geschichten, das weiß ich nicht, so die halbe rechtsextreme Szene Bayerns, die durch einen V-Mann aufgebaut wurde, der den irgendeinen Blödsinn erzählt hat und dann die Kohle dazu benutzt hat, irgendwie rechtsextreme Strukturen aufzubauen in Bayern. So, aber wir wollen noch, bevor wir komplett vom Hölzchen auf Stöckchen kommen. Ich finde gar nicht, dass wir so weit auf Stöckchen sind, wir sind aber noch auf dem Holzweg. Nee, Holzweg hoffentlich nicht. Ja, Horst Seehofer vielleicht da auch noch ergänzen, gut, dass Horst Seehofer gegen die AfD schießt, mag auch politisch motiviert sein, um den Konkurrenten am rechten Rand zu verdrängen, aber eigentlich der perfide Verdrängungsmechanismus gegenüber dem rechten Rand war ja derjenige, dass man die Positionen einfach eben selbst mitvertritt. Das tut er hier eindeutig nicht. Er hat inhaltlich völlig recht. Deshalb Horst Seehofer der Mann der Woche. Ja, so, dann gab es noch andere Reaktionen. So, wer die Frau der Woche aus der anderen Richtung? Die Frau der Woche aus der anderen Richtung ist die jetzt mittlerweile Verteidigungsministerin, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer ihres Zeichens auch Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, Frau Kramp-Karrenbauer, äußerte sich dahingehend und ich muss das hier tatsächlich, dafür wurde sie, so viel nehme ich schon mal vorweg, auch stark kritisiert, das nehme ich vorweg und jetzt lese ich es vor. Und zwar ein Tweet der CDU am 9. Oktober um 19.30 Uhr. Zitat, ein solcher Angriff am höchsten jüdischen Feiertag ist ein Alarmzeichen, das niemanden in Deutschland unberührt lassen kann. Ich bin traurig und wütend, weil zwei Menschen sinnlos getötet worden sind. Ihnen und ihren Familien gilt unser tiefstes, unser tiefes Mitgefühl. So, verschiedene, verschiedene Dinge dazu. Einmal muss ich sagen, dass vor dem Hintergrund, dass wir seit Monaten und im Grunde genommen aber schon seit Jahren, also seit im Grunde genommen 2015 im September eine Million Geflüchtete aus vor allem Syrien nach Deutschland gekommen sind, haben wir eine Situation, wo es im Grunde genommen täglich rechtsextreme Übergriffe auf zum Beispiel Flüchtlingsunterkünfte, Geflüchtete, aber auch Synagogen, Moscheen und so weiter und so fort gibt. Dass Frau Kramp-Karrenbauer das alles nicht zur Kenntnis nimmt. Von meinen Püttlingen war das nicht bekannt. Und jetzt davon spricht, dass das ein Alarmzeichen ist, das ist im Grunde genommen, wie formuliert man das, damit verhöhnt sie in einer gewissen Weise, finde ich, einfach die von rassistischer Gewalt betroffenen Menschen und zeigt, dass sie dieses Thema nicht wirklich ernst nimmt. Dieses ich bin voller Wut und Trauer und ah, das muss uns aufhorchen lassen, das ist ja alles so schlimm. Das ist so ein bisschen ganz ehrlich in meinen Augen wie dieses Thoughts and Prayers, was in den USA immer kommt nach irgendeinem Amoklauf, wo klar ist, die Waffengesetzgebung in den USA ist kompletter Schmonz. Bitte lasst es, sagen alle Leute, bitte ändert die Gesetze und dann sagen die US-amerikanischen Politiker Thoughts and Prayers. Und jetzt sagen alle deutschen Politiker, das ist ganz schlimm und das kann nicht sein und natürlich brauchen wir jüdisches Leben in Deutschland und ich wiederhole mich an der Stelle, aber es ist trotzdem wichtig zu sagen, der Präsident des Zentralrats der Juden hat ja vollkommen zu Recht kritisiert, dass es da keinen Polizeischutz gab, dass die Polizei viel zu lange braucht und dass sich die jüdischen Gemeinden in Deutschland halt einfach alleine gelassen Ja, das ist ja auch in der Tat ein Mangel an Solidarität, also eine Form der Solidarität ist ganz sicherlich die Mahnwache, aber eine andere Form der Solidarität, der gesamtgesellschaftlichen Solidarität besteht eben in der gegebenen Situation und das ist für die jüdische Bevölkerung gleich wo seit vielen hundert beziehungsweise tausend Jahren so besteht die Solidarität darin auch präventiv zu schützen und das ist hier nicht Wir sind ja noch bei Frau Kramp-Karrenbauer Ich möchte mich da auch kurz drüber aufregen und es ist also ich unterstelle ihr ich finde man kann ihr keine Bösartigkeit unterstellen ist aber eigentlich auch egal weil bei fahrlässigem falschem Handeln so ist es auch im Straßenverkehr und aller Orten bei Fahrlässigkeitsdelikten ist das so wenn man seine Pflicht verletzt und fahrlässig handelt dann ist es egal ob man das gut gemeint hat oder nicht oder böse gemeint hat womöglich auch noch es ist dann einfach falsch und so verhält es sich hier egal was Frau Kramp-Karrenbauer vielleicht ist sie gute Absicht vielleicht ist sie auch nur Ja ich würde ihr jetzt nicht böse Absicht unterstellen das ist Quatsch eben aber es führt kein Weg daran vorbei das als ganz klaren Inkompetenzausweis zu werten sie ist hat es gänzlich verkannt wie man auch nur ansatzweise angemessen mit diesem Ereignis umgeht sie hat das komplett das Thema verfehlt sie hat mit Alarmzeichen einen völligen Euphemismus gewählt sie hat für ein Phänomen das es seit mehreren tausend Jahren gibt und das seit wir können es ja gleich nochmal ansehen ob und inwieweit Antwort ist ja Gewalt antisemitistische Gewalt steigt das hat sie einfach ignoriert und das ist kein Alarmzeichen das ist Ausfluss dessen was einer langen Entwicklung und Ausfluss eines bereits vorhandenen Alarms eines Alarms der schon ausgelöst ist und das ist das Resultat der Alarmstimmung die es gibt und das ist ein Attentat wie Volker Beck gesagt hat ein antisemitisches Attentat ist ein Attentat und kein Alarmzeichen das ist der Ernstfall und nicht es ist sozusagen der Brand es ist nicht die Sirene ja was ich an dieser Formulierung auch noch kritisieren muss das ist jetzt natürlich wirklich das geht jetzt wirklich sehr nah in die was heißt sehr nah das geht jetzt sehr tief in die sag ich mal Textanalyse rein aber da muss man auch einfach attestieren die Leute die da in der Pressestelle des Konrad Adenauer Hauses sitzen also entweder können sie es nicht besser oder sie wollen ihrer Vorsitzenden bewusst schaden weil der zweite Satz also Alarmzeichen haben wir ja jetzt geklärt aber der zweite Satz ist ja finde ich jetzt fast noch krasser mit dem ich bin traurig und wütend weil zwei Menschen sinnlos getötet worden sind die Tötung die Tötung eines Menschen ist ja immer ein aktiver ne ist nicht doch wenn man Tötungen im juristischen Sinne also du kannst klar du kannst auch von einem herunterfallenden Klavier getötet werden aber ja ich darf mich jetzt hier nicht verlieren aber ich will Klavier ist im Zweifel auch nicht selbst auf den Balkon geklettert aber langer Rede kurzer Sinn in dem Kontext eines Amoklaufes ja im Kontext eines Amoklaufes kann es nur aktiv geben nicht passiv ja kann es nur natürlich ist das sinnlos aber es durch dieses sinnlos wird irgendwie sie suggeriert es könnte auch ein sinnvoll geben ja so also das ist der komplette das ist der komplette Wahnsinn es gibt es fehlt eigentlich noch das weitere Adjektiv aus Absurdistan das in diesem Kontext gerne verwendet wird Feige ja also anders als ja dieser Feige Mord anders als ansonsten diese mutigen Attentäter ja gut es gab mutige Attentäter aber das war ein gänzlich anderer Kontext ja Feige fehlt noch ich dachte du würdest darauf abstellen dass auch dieses passivische wurden getötet ja das ist eine gute Beobachtung ist ja eine gute Beobachtung ja also wenn man diesen Tweet kurz der Vollständigkeit halber so beschreibt er hat ja am linken Bildrand hat er so ein kleines Banner da ist ein Davidstern und steht gegen Antisemitismus ja dort dort aber in dem sozusagen anteilnehmenden Satz in den anteilnehmenden Ausführungen findet sich das sind zwei schwere Einzelschicksale aber es findet sich keine darüber hinausgehende Beobachtung dass das jetzt nicht nur die zwei schweren Einzelschicksale das hat eine andere Dimension die kennt die Dimension völlig diese zwei Einzelschicksale der Menschen die getötet worden sind sind sehr schlimm ja keine Frage natürlich keine Frage aber das verkennt völlig die Dimension das ist ja ein Angriff der viel breiter ist also sie liegt völlig daneben sie liegt völlig daneben und auch so auch so eine schöne auch so eine schöne Standardformulierung auch so eine schön ich will nicht sagen dass ich es besser machen kann aber ich bin ja auch nicht CDU-Vorsitzende zum Beispiel naja genau das ist der das ist ein Standard in diesen Dingern auch noch das ist ein Angriff auf uns alle das ist ein Angriff auf die freiheitliche Gesellschaft das stimmt nämlich so in dieser Form auch nicht also der der mutmaßliche Attentäter wobei muss man in dem Zusammenhang noch von mutmaßlich sprechen ich glaube nicht der der Attentäter dort der Terrorist von Halle ist ja eben nicht nach wo Verena Balsen wohnt gefahren um Verena Balsen zu erschießen er ist auch nicht dahin gefahren wo weiß ich nicht Susanne Klatten wohnt um Susanne Klatten zu erschießen es geht hier nicht um alle es geht nicht um alle Deutschen sondern es geht darum Wiederholung aber ist trotzdem wichtig eben um all jene die den Rechtsextremen und den Rechtsextremisten nicht passen aber wir sollten vielleicht ja genau natürlich irgendwo mittelbar sind solche Attentate gegen alle Billig und Gerechtdenkenden gerichtet allerdings ich glaube das ist ein Punkt und wenn er das ist finde ich ihn richtig gut sehr treffend meine ich ist es sehr anmaßend zu sagen dieser Angriff der auf 51 primär auf 51 jüdische Gemeindemitglieder gerichtet war zwei Menschen das Leben gekostet hat und mehrere die Gesundheit ist es natürlich etwas anmaßend wenn man hier sagt okay das ist ein Angriff auch auf mich wo man sagt ah ja toll also da bist du sicherlich total hast du ja richtig gelitten also das ist ja billig erstens das und zweitens können sich natürlich die tatsächlich Betroffenen von rechter Gewalt können sich davon ein Eis backen können sich ein Eis backen weil ganz ehrlich das würde sie wahrscheinlich ziemlich wütend machen wenn da so ein dahergelaufener sagt Mensch hat mich aber angegriffen nee hat andere angegriffen so der Punkt ist so wie geht es die Lübcke die können sagen das ist ein Angriff auf uns ja und dann reden wir noch über andere Reaktionen an dieser Stelle ist der der CEO von der Axel Springer SE Doktor Matthias Döpfner hierzu kleiner Disclaimer ich habe mal für die Axel Springer SE gearbeitet ich kenne Matthias Döpfner auch persönlich er hat mich damals an Bord geholt der Axel Springer SE habe mich viel und oft mit ihm unterhalten ab und zu schreiben wir uns noch SMS sage ich nur vorher weil finde ich gehört einfach dazu dass wenn man über Menschen spricht die man auch persönlich kennt dann sollte man zumindest erwähnen in was für einem Verhältnis man zu denen steht Doktor Matthias Döpfner hat also einen Gastbeitrag geschrieben ne nicht Gastbeitrag er hat einen Beitrag geschrieben in einer Publikation der Axel Springer SE nämlich die Tageszeitung Die Welt und dieser Artikel mit dem Titel Nie wieder Nie wieder Nie wieder Nie wieder Man muss sich bei dem zweiten nie wieder die Anführungsstriche hinzudenken damit das im gewissen Sinn ergibt Matthias Döpfner hat also einen Gastbeitrag geschrieben der ich glaube am 10. veröffentlicht worden ist am 11. Oktober über die gesamte Titelseite der Zeitung Die Welt der Tageszeitung Die Welt und darüber reden wir als erstes Ja Deinen Disclaimer möchte ich kurz zum Anlass nehmen dass ich absehen kann dass wir uns sehr vehement gegen den Inhalt dieses Artikels aussprechen werden aber ich denke auch einhalten was wir sowieso häufig einhalten wenn wir nicht gerade sagen dass jemand ins Hirn geschissen wurde aber wir ziehen ja nicht auf die Person das was er gesagt hat ist Grund genug ist schlimm zu finden das heißt wir haben in dem Sinne oder ich jedenfalls ich habe nichts gegen Matthias Döpfner wahrscheinlich hat er sogar hat er auch viele gute Seiten und ähnliches aber dass dieser Artikel auf der Welt vom 11. Oktober ist tatsächlich nach dem eigentlichen Anschlag und den dabei zugrunde liegenden Motiven ist das dieser Artikel das für mich schlimmste was in diesem Zusammenhang geschehen ist und wenn man vielleicht mal davon absieht was das ZDF Jörg Meuthen dazu interviewt wo wir gleich da kommen wir noch drauf vielleicht ganz kurz was in diesem Artikel drin steht bevor wir ihn zerreißen ja Günther Hack hat das ja auch auf Twitter nochmal ganz eindrucksvoll formuliert das möchte ich mal kurz zitieren wenn ich es finde der Tweet ging auch rund ich schinde jetzt ein bisschen Zeit weil ich wenn die Zeit überbrückt werden soll dadurch dass ich sage was in dem Artikel drin steht dann könnten wir das eigentlich jetzt der beginnt damit in einem ersten Teil dass er sich unter anderem gegen das Alarmzeichen die Alarmzeichenäußerung von Kramp-Karrenbauer wendet und sagt das reicht alles nichts hier ist ein bisschen an den Händen anfassen und eine Kerze anzünden und Alarmzeichen das ist viel viel mehr als ein Alarmzeichen so eines der Zitate denn so geht das weiter Zitat wir haben es mit einem Systemversagen der offenen Gesellschaft zu tun das ist im Kern die Aussage seines Artikels und was Herr Döpfner unter Systemversagen versteht das macht er dann deutlich dass Ergebnis das er kritisiert ist dass er dass er schlecht findet ist der Umstand dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland wieder vital sein das sagt er er führt dann weiter aus existiert haben Rassismus und Fremdenfeindlichkeit immer das sind alles soweit Begriffe und Gedanken denen man glaube ich ohne weiteres zunächst einmal beipflichten kann hat nämlich immer existiert und jetzt nähert er sich der Ungeheuerlichkeit entscheidend ist wie die Mehrheit der Bevölkerung und ihre demokratische gewählte Führung damit umgeht unser Umgang wirkt derzeit wie ein Brandbeschleuniger so Herr Döpfner die Hauptursachen dafür sind Doppelpunkt und mit dem dafür bezieht er sich auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und den Umgang der Gesellschaft die Hauptursachen und da nennt er als erstes die rechtsstaatlich sehr zweifelhafte Flüchtlingspolitik eine der Hauptursachen für Rassismus an erster Stelle und zweitens eine viel zu schwach besetzte und schlecht ausgestattete Polizei das ist die zweite Ursache und drittens eine überforderte und teilweise auch handlungsunwillige Verwaltung und Justiz die kriminelle und kriminelle Einwanderer nicht schnell genug identifiziert gegebenenfalls zügig abschiebt und insgesamt den geltenden Rechtsrahmen bei der Strafverfolgung nicht annähernd ausschöpft das ist also er sagt es reicht nicht sich jetzt betroffen zu geben und eine Lichterkette vor der Synagoge zu bilden nein nein das System ist kaputt und deshalb gibt es Rassismus und Fremdenfeindlichkeit kaputt ist das System weil es die seiner Meinung nach zweifelhafte Flüchtlingspolitik gibt die Polizei nicht stark genug ist und Justiz und Verwaltung kriminelle Einwanderer nicht schnell genug identifizieren und ausweisen und das ist Geistige Brandstiftung das ist eine das ist eine perfide Umkehrung der Ursachen und Wirkung das heißt das nennt die Ursache die Wirkung macht es zur Ursache nämlich Fremdenfeindlichkeit als als Ursache Flüchtlinge Geflüchtete und der Umgang damit als Ursache für Fremdenfeindlichkeit das ist Hanebüchen drückt es gar nicht aus das ist eine ja wie du gesagt hast brandgefährlich das ist höchst gefährlich und ja bösartig womöglich aber jedenfalls falsch auch ich weiß also es ist falsch Flüchtling Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entsteht nicht durch den Fremden der kommt das entsteht im Kopf von Leuten die ein Problem mit Fremden oder anderen Menschen haben das ist ja eine eine Haltung die wird ja nicht ausgelöst durch einen Syrer das ist ja kein kein naturwissenschaftlicher der Kausalverlauf das ist ein das ist so wie wir beim letzten Mal sagten das ist die Wirklichkeit zweiter Ordnung nicht die Wirklichkeit erster Ordnung die Wirklichkeit erster Ordnung ist es wenn ich einen Bleistift in der Hand halte und loslasse dass der runterfällt das ist ein Vorgang dass wenn Menschen anderer aus anderen Geburtsorten als Püttlingen und Mettmann zu uns kommen dass dann die Leute in Freital ausflippen das ist ein Vorgang der geschieht jenseits von naturwissenschaftlichen Zusammenhängen das ist etwas das geschieht im politischen im geistigen das geschieht beim Umgang mit den Dingen der Welt und das verkehrt es hier komplett und was man dazu ja noch sagen muss die Geflüchtete ist nicht schuld daran und dann der Geflüchtete wo es einen Angriff auf eine Synagoge in Halle gibt dann die Flüchtlingspolitik also das ist also ich ähm fehlen mir die Worte ich wollte dazu nochmal ich wollte dazu nochmal Folgendes sagen also erstens hast du natürlich vollkommen recht äh Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind ähm quasi angelerntes äh Verhalten ne das muss man auch tatsächlich aktiv anlernen ne genauso wie man auch weiß ich nicht aktiv für eine tatsächlich offene Gesellschaft einstehen muss und so das kommt auch nicht von alleine diese Aussage dass Geflüchtetenpolitik oder Ausländer für Rassismus ähm verantwortlich werden ist ja auch noch also mal abgesehen davon dass es ein ziemlich perfides Argument ist das hat ja der Günther Hack auf Twitter auch so schön zusammengefasst Zitat wow Döpfner nimmt den Neonazi Angriff als Anlass dafür dem Staat Nachlässigkeit gegen Ausländerkriminalität vorzuwerfen so einen perfiden Text habe ich in der deutschen Presse noch nie gelesen und ähm das ist wahrscheinlich auch richtig der Punkt ist dass selbst wenn man das Argument ernst nehmen wollen würde was man nicht muss weil es nicht belegt wird ähm ist es halt auch noch falsch weil wir ja aus den ganzen Befragungen zu Ausländerfeindlichkeit wissen dass an den Orten an denen es die wenigsten Ausländer gibt die meisten Vorbehalte gegenüber auch Ausländern gibt sprich theoretisch müsste je mehr Ausländer reinkommen desto weniger Ausländerfeindlichkeit wäre müsste es geben das habe ich tatsächlich Matthias Dörfner auch mitgeteilt dass ich diesen Text in der Tat überhaupt nicht nachvollziehen kann ja weil er ist ja auch tatsächlich dazu in der Lage gute Texte zu schreiben damals diesen Text zu Google das Springer Angst vor Google hat oder das er als Verleger Angst vor Google hat den fand ich ja für den Verleger damals irgendwie ziemlich beeindruckend aber dieser Text da ist mir nicht klar was er damit will und vor allen Dingen ist mir auch nicht klar worauf er hinaus will weil er an vielen verschiedenen Stellen einfach Dinge sagt die auch so nicht stimmen also unsere Polizei ist auch nicht irgendwie überfordert und schlecht ausgestattet natürlich kannst du sie immer irgendwie besser ausstatten aber man muss auch einfach zur Kenntnis nehmen dass sich die Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland auf einem historischen Tief befindet also ich glaube das letzte Mal war es hier so friedlich in den 90er Jahren das Problem ist auch tatsächlich merke ich jetzt gerade wo wir über diesen Artikel sprechen ist dass der Artikel dazu führt dass du dich nicht mehr über Rechtsextremismus und rechtsextremistische Terroranschläge und rechtsextremistische Gewalt unterhältst sondern das ist eine große Nebelkerze du sprichst auf einmal über weiß ich nicht was er da noch bringt irgendwie diesen Fußballer vom HSV wo Vorwürfe im Raum stehen der hätte bei seiner Einwanderung nach Deutschland falsche Angaben gemacht es geht wie gesagt darum ja das bringt er im Zusammenhang mit seiner These dass man dass die Medien schlafen und vor also entweder sind sie müde und matt oder vor Wunsch nach Political Correctness nicht in der Lage sich kritisch zu äußern immer weniger einige wenige Medien nennen doch die Fakten die anderen aber versagen dabei diese Fakten zu benennen entweder aus Schläfrigkeit oder aus Political Correctness und da nennt er das Beispiel dass der HSV Spieler der nach meiner Kenntnis allerdings nach allen Feststellungen die es gibt seine Identität nicht verschleiert oder falsch dargestellt hat dass das lange gedauert hat dass sich das hingezogen hat und dann führt er noch aus und holt er also wirklich alles was ihm gerade in der durch den Kopf schwirrt holt er wirklich zum Vorschein dann donnert es auch gleich noch in die Axel Springer Schreibmaschine da nämlich nimmt Köln die berühmte Silvester nach 2015 und beklagt dass da zwar 661 weibliche Opfer sexueller Übergriffe identifiziert wurden 1304 Anzeigen erstattet und 52 Angeklagte beschuldigt aber nur drei Männer wegen Sexualdelikten verurteilt wurden das mischt er alles in dem Springer Thermomix zusammen und kommt zum Ergebnis ja und dann kommt noch so eine Elitenkritik dazu die politische Elite tut nichts und die Medienelite das sagt er dann auch noch die tun auch nichts ja also dazu muss man sagen und da wurde er ja auch vollkommen richtig zum Beispiel von Stefan Niggemeier kritisiert der auf Übermedien Übermedien mache ich sehr gerne Werbung für Übermedien ein sehr tolles Portal was man auch finanziell unterstützen kann übrigens genauso wie den Podcast Lauer und Wehner kleiner Werbeblock da hat Stefan Niggemeier vollkommen richtig darauf hingewiesen dass Elitenkritik von Matthias Döpfner natürlich so ein bisschen ist ein bisschen schwierig weil der ist selber Multimillionär wenn ich jetzt schätzen müsste wahrscheinlich im dreistelligen Bereich tatsächlich weil er ja über ich glaube 1,5 oder 3% der Aktien der Axel Springer SE verfügt seine Vergütung als Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE ist auch nicht verkehrt das würde man jetzt nicht nein sagen wenn man sowas bekommt und er ist natürlich bestens vernetzt und auch die Axel Springer SE ist wenn man sich zum Beispiel ihren Lobbyismus für ein Leistungsschutzrecht anguckt der das dann gekommen ist sowohl auf Bundesebene als auch auf EU-Ebene wenn man sich das alles anguckt wäre es vollkommen verfehlt jetzt anzunehmen dass Matthias Döpfner nicht zu einer Medienpolitik-Elite in Deutschland gehört sondern der sitzt da halt mittendrin ja ich verstehe auch den also diese da doch hinterstehende Vorstellung dass die Elite dass es die zum einen gäbe und dass die so eine homogene Gruppe wäre in Teilen kann ich sie verstehen bei den Medien bei den Medien finde ich es doch schwierig von der ja die die Leute von der FAZ und der Taz so als eine verschworene Gemeinschaft mir vorzustellen es ist schwierig die Welt natürlich draußen weil die ist ja die macht er nicht mit die ist sehr unabhängig und ja man muss an der Stelle leider sagen dass er ein bisschen differenzieren dass er in seinem Artikel ob er das jetzt extra gemacht hat oder ob das jetzt nur Zufall war aber er bedient da halt viele rechte Talking Points wenn er da von Medienelite und so spricht und wenn er so insinuiert ja man kann die Wahrheit ja gar nicht mehr sagen oder schreiben wenn er wenn er und das darauf weist der Stefan Diggemeier auch hin er ist ja in der interessanten Doppelfunktion dass er ja nicht nur Vorsitzender der Axel Springer SE ist sondern er ist auch der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger das heißt er ist eigentlich der Chef Lobbyist für die deutschen Zeitungsverleger und dann in dieser Art und Weise zu unterstellen dass die Medien Sachverhalte nicht mehr richtig darstellen würden ohne aber auch jetzt konkrete Beispiele zu bringen wo das wirklich so war ja weil das zeigt der Stefan Niggemeier sehr schön in seinem Artikel das zeigt aber auch die Webseite Volksverpetzer in ihrem doch etwas polemischeren Kommentar dazu diese ganzen Beispiele die er da so bringt die stimmen so in dieser Form nicht sei es jetzt bei diesem HSV Bauspieler sei es jetzt bei diesem Fall da in Limburg wo ein mutmaßlich auch wohl oder wo ein Syrer irgendwie ein LKW sich bemannt hat und damit dann in Autos reingefahren ist wo aber auch nicht klar ist ob der zum Tatzeitpunkt wirklich in Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist dann beschreibt er diesen Fall der sich auch letzte Woche glaube ich oder vorletzte Woche ereignet hat in Berlin wo ein geistig verwirrter Mann der ein Messer hatte in die Synagoge auf der Oranienburger Straße eindringen wollte der jetzt nicht der wo kein Haftbefehl gegen ihn ausgesprochen worden ist der sich aber momentan das war das was ich dazu finden konnte in der Psychiatrie befindet und ich nehme mal an das war dann möglicherweise auch die Erwägung dass dieser Mann direkt in die Psychiatrie kommt dass man nicht noch einen Haftbefehl aussprechen muss gleichzeitig und das zeigt ja dann auch dass unser Mediensystem noch wunderbar formuliert funktioniert wurde diese Entscheidung der Berliner Staatsanwaltschaft stark kritisiert in den Medien der Präsident des Zentralrats der Juden hat es auch stark kritisiert und wir haben ja eine öffentliche Debatte darüber ob da dieser Mensch gegen den nicht doch ein Heftbefehl hätte beantragt werden müssen also will sagen diese ganzen Beispiele die Döpfner dort bringt um und das habe ich ihm auch geschrieben ich verstehe nicht worauf er hinaus will ich verstehe nicht was er mit der Aneinanderreihung dieser ganzen Beispiele bezwecken möchte weil sie in meinen Augen nichts mit dieser rechtsextremistischen Terrortat zu tun hat das sind alles Vorgänge die kann man im Einzelnen empörend finden also Beispiel Köln dass es da jetzt so wenig Verurteilungen gibt bei so vielen Anzeigen da kann man tatsächlich auch mal natürlich kritisch die Frage stellen wo hätte man denn da die Polizei oder die Justiz vielleicht unterstützen können sind es Justizpannen sind es keine Justizpannen so das kann man alles das muss man aber differenziert auseinander nehmen und er reiht da lauter so komische rechte Talking Points aneinander mischt da irgendwas draus und am Ende weiß man also weiß auch ich beim Lesen nicht worauf möchte er denn eigentlich hinaus es kommt ja dann noch um mal da aufzusetzen dass er da Talking Points aneinander reiht es endet ja dieser Artikel damit dass er sich auch noch mit Extinction Rebellion auseinandersetzt ja und also den Aktivisten die aufsetzen oder in gewisser Verwandtschaft Nähe zu Fridays for Future die Extinction Rebellion sind typisch durchschnittlich etwas älter ja und möchte so etwas visible Maßnahmen ergreifen indem sie sich ja indem sie darauf aufmerksam machen dass ein Artensterben droht im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe indem sie das durch Straßensperrung und ähnliche Aktionen verdeutlichen also damit setzt er sich auch noch auseinander sagt einerseits findet das super dass sich so viele 15 bis 30 jährige im so wichtigen Kampf gegen eine verantwortungslose Klimapolitik als aktiv zeigen das findet er gut haut die dann so ein bisschen in die Pfanne und sagt eine schöne Geste wäre es aber wäre es da gewesen wenn am Tag von Halle die Demonstranten der Extinction Rebellion Bewegung ihre Zelte am Potsdamer Platz abgebaut hätten und geschlossen zur Mahnwache vor der Synagoge der Oranienburger Straße gelaufen wären das findet er dann das wäre schön gewesen sagt gleichzeitig dass man keine Solidaritätsbekundung mehr brauche sondern dass das ganze ja das Systemversagen ist also es hat den Anschein als also habe der da auch so ein bisschen assoziativ einfach mal niedergeschrieben vielleicht auch Spracherkennung als hätte das mal so einfach einfach mal so rausgelassen und das was wenn das so ist dass es einfach mal rausgelassen hat dann ist das was da zum Vorschein kommt nicht gut ja es ist wie gesagt ich kann das auch nur nochmal sagen ich habe ihm auch geschrieben ich weiß nicht worauf er da hinaus möchte ich verstehe es nicht und dass mich die Tonalität und der Inhalt tatsächlich irritieren ja ich glaube irritieren ist da auch vielleicht das beste Wort weil man 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 versteht es nicht wenn man jetzt wenn man das jetzt wohlwollend wenn man das jetzt wohlwollend interpretieren wollen würde würde man sagen er war beim Schreiben einfach so wütend dass er nicht wusste was er da macht oder so ja und wenn man es und dann hat er auf Cent gedrückt und dann war es auch schon wenn man es negativ ihm auslegen wollen würde müsste man sagen dass er hier irgendwie die Welt als Zeitung für AfD Wähler positionieren will weil er hier leider tatsächlich jede rechte Verschwörungstheorie bedient die es gibt und wie gesagt diese dass er gleichzeitig da der Vorsitzende der Präsident dieses bundesdeutscher Verleger ist finde ich ist auch ein fatales Signal also wenn der wenn quasi der das und man muss sich und darauf wurde ja auch hingewiesen man muss sich halt angucken wer teilt denn Matthias Döpfners Beitrag zustimmend und das sind so Figuren wie Erika Steinbach das sind so Leute wie Jörg Meuthen der Vorsitzende der AfD auf den wir gleich auch noch zu sprechen kommen das sind vor allen Dingen rechte bis rechtsextreme Leute die das teilen auf Twitter und sagen und auf Facebook und sagen hey das ist doch ein toller Artikel endlich sagt es mal einer und da ist die Frage möchte Matthias Döpfner von solchen Leuten Applaus bekommen genau und warum sprechen wir so lange über Matthias Döpfner ist ja nicht so dass die Welt eine der bedeutenden eine der wirklich bedeutenden eine der wirklich bedeutenden Presseorgane in Deutschland wäre aber es ist ja doch so bei mir ist es so dass mich das derartig schockiert was hier auf Seite eins der Welt steht weil die Welt jedenfalls bislang immer noch im eigentlichen Sinne dem bürgerlichen Lager zugerechnet wurde was wohl falsch sein mag wenn man da eine oder andere Sache von Ulf Bosch liest muss man eigentlich nicht so überrascht sein aber jedenfalls stehen hier Sachen drin die schon überraschend sind dass sie oder für mich ist es schockierende dass es jetzt schon so weit ist dass solche Sachen in der Welt stehen die würde man nämlich eigentlich nur von der AfD vermuten beziehungsweise in der jungen Freiheit in der jungen Freiheit in der jungen Freiheit und das ist das ist das schockierende hier und also diese dass dass eine Person die erkennt mal kein Blödmann kein Holzkopf ist ansonsten wenn es ein Holzkopf geschrieben hätte würde ich auch sagen ja komm du bist halt ein bescheuerter der ist halt einer der irgendwie ja oder irgendeiner ja ein bisschen zu viel zu viele Lines sich reingedonnert aber das ist ja alles nicht der Fall das ist ja ein vernünfter ein intellektueller der der so etwas zusammenschreibt das ist es schockierend in einem Blatt das jetzt noch nicht völlig ab immer mal wieder abdriftet aber noch nicht völlig abgedriftet ist und in in dieser Massiertheit das auch noch schreibt also das finde ich schockierend ja dass Jörg Meuthen so etwas vertritt hingegen verwundert fast niemand aber das ZDF hat sich gewundert ja das ZDF hat sich gewundert ich bin dir so dankbar für diese doch sehr tolle Überleitung die wir nicht einstudiert haben das ZDF Morgenmagazin hatte sich dazu entschieden also ich fange jetzt natürlich schon direkt so an dass klar wird was wir beide darüber denken aber Ulrich du kennst das du bist man hat gerade Lauf man hat gerade einen rechtsextremistisch motivierten Anschlag in Deutschland gehabt am höchsten jüdischen Feiertag Menschen wie zum Beispiel Michael Friedmann kritisieren im ZDF aber auch anderswo wie auch der schon zitierte Bundesinnenminister Horst Seehofer die AfD für ihre hassschürende Rede dafür dass sie ein Klima in diesem Land schafft das der Nährboden für diese Taten ist ich kann das das wäre jetzt auch Quatsch wenn ich so tun würde als würden wir da jetzt noch die Fakten sammeln und werden uns nicht sicher worauf das hinausläuft wer diesen Podcast hört weiß dass wer diesen Podcast hört weiß dass ich mich ja auch sehr gerne mit dem Thema stochastischer Terrorismus auseinandersetze also die These dass so hasserfüllte Rede von prominenten Politikern Leuten die in der Öffentlichkeit stehen also zum Beispiel jetzt Donald Trump aber wenn man sich das in Deutschland anguckt so Leute wie jetzt der Björn-Dolf-Höcke oder der Jörg-Meuthen oder so oder der Andreas Kalbitz dass solche Leute durch ihre durch ihre Reden und ihren Hass den sie damit transportieren Leute dazu inspirieren solche Taten zu tun und zwar nicht aktiv so im Sinne dass der Björn-Höcke jetzt bei dem Täter von Halle anruft und sagt hier mach das doch mal sondern dass halt so die ganze Zeit so eine Alarmstimmung erzeugt wird dass sich Leute dann irgendwann einen Ruck geben und sagen so jetzt nehme ich das in die Hand und 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 wehre mich mal das ist ja auch ausführlich schon an anderer Stelle viel besser erklärt die Rechten brauchen immer dieses Opfer Narrativ diese Erzählung sie wären ein Opfer um dann eben solche Taten vor sich und ihrer Peergroup anderen Nazis zu rechtfertigen so das ist jetzt also die Situation wir haben stochastischen Terrorismus durch Rechtsextremisten wir haben einen furchtbaren wir haben einen furchtbaren Terroranschlag in Halle und dann überlegt sich das ZDF wir gehen der Sache mal nach und das Morgenmagazin interviewt natürlich Jörg Meuthen den Sprecher Vorsitzenden der AfD dazu im Morgenmagazin und wir werden dieses Interview im Wortlaut nicht wiedergeben aber es beginnt halt sinngemäß so dass der Moderator sagt ja also jetzt wurde der AfD ja vorgeworfen von verschiedener Seite auch von Michel Friedmann dass die geistige Brandstifter sein wir haben dazu Jörg Meuthen und dann fragt der Moderator fünfmal Jörg Meuthen Herr Meuthen sind sie denn geistige Brandstifter und er wandelt die Frage noch ab er konfrontiert ihn dann das ist ja mittlerweile auch ganz beliebt nachdem das in einem Frontal 21 Beitrag so viral ging dass man Björn Höcke einfach mit Björn Höcke Zitaten oder AfDler mit Björn Höcke Zitaten konfrontiert und sie dann fragt ja hier war es denn jetzt hier Björn Höcke oder Adolf Hitler der Moderator weist nochmal darauf hin dass die Rhetorik Höckes und die Rhetorik Hitlers relativ nah beieinander liegen und wie der Meuthen das denn findet ja und Jörg Meuthen hat da ziemlich einfaches Spiel weil Jörg Meuthen sagt einfach nein nein die AfD das ist eine total ordentliche demokratische Partei er sei genauso erschüttert wie alle anderen auch und so außerdem gibt es ja auch Juden in der AfD und es gäbe ja auch Juden in der AfD das ist ja dieses das ist ja dieses dieser gibt es ja auch diesen schönen beliebten Spruch ich kann ja gar kein Rassist sein meine Frau ist Ausländer wenn wir eine polnische Putzfrau nein der warum erzählen wir das überhaupt weil es natürlich wieder ein Beispiel dafür ist wie Medien anscheinend noch immer nicht gelernt zu haben scheinen dass man mit der AfD sogenannten Alternative für Deutschland nicht spricht Punkt also nachdem jetzt durch weiß ich nicht die 95 Recherche klar geworden ist es handelt sich bei dieser Partei um eine im Kern rechtsextremistische Partei Teile dieser Partei werden vom Verfassungsschutz beobachtet es gibt Teile dieser Partei die vom Verfassungsschutz beobachtet werden die bestens in die rechtsextreme Szene in Deutschland vernetzt sind dabei handelt es sich um Leute die einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland planen läuft alles unter diesem Label Tag X es gibt irgendwie Vereine aus ehemaligen Bundeswehr Angehörigen ehemaligen Angehörigen der Sicherheitsbehörden die sich auch auf diesen Tag X vorbereiten indem sie sich Waffen besorgen Munition Horten Leichensäcke Horten sich dazu verabreden wo könnte man denn dann hingehen um irgendwelche unliebsamen Politiker dann direkt so massenerschießungsmäßig hinzurichten und so weiter und so fort das ist die politische Lage in Deutschland das ist das was der Rechtsextremismus in Deutschland im Moment macht worauf er sich vorbereitet und die AfD und die AfD und das wurde vollkommen richtig gesagt hat auch zum Beispiel jetzt Hajo Schumacher nochmal in einem Kommentar in der Morgenpost oder auf Radio 1 gesagt die AfD ist der politische Arm des Rechtsextremismus in Deutschland und nur weil eine Partei in demokratischen Wahlen gewählt worden ist ist sie nicht automatisch demokratisch oder mag die Demokratie irgendwie besonders gut also ich bin da noch nicht völlig entschieden und festgelegt in der Frage ob man mit Politikern der AfD reden darf oder gar soll die werden wir auch hier nicht klären weil ich sehe dass du entschieden bist als Medium also ich meine und will ich auch gar nicht will ich jetzt keine Gegenposition aufbauen weil ich noch nicht entschieden bin ob ich sagen würde die dürfen gar nicht im Rundfunk in der Presse dürfen die gar nicht erscheinen ich will sozusagen den Minimalkonsens hier aufzeigen jedenfalls darf man sie nicht laufen lassen jedenfalls darf man sie nicht ungestraft einfach ungestellt ohne dass man sie stellt Gelegenheit geben Falsches zu zu verbreiten jedenfalls ist es zwingend dass wenn schon AfD Politikern Raum gegeben wird in den Medien dass sie dann mit der gebotenen Sorgfalt kritisch behandelt werden und die gebotene Sorgfalt fehlt dann wenn man jemanden fragt wie in diesem Fall geschehen nichts anderes fragt sind sie eigentlich böse und dann sagt er nein und das ist ein Umgang der ist inakzeptabel wie ich finde denn das ist das ist unkritisch das ist eine reine so eine Art das ist so wie der wie wenn man irgendeine Quote erfüllt so Larifari okay die müssen wir auch nochmal dann fragen wir den mal was und die so ungestrafte durchlaufen zu lassen wenn man diese Meutenäußerungen sieht das das wirkt natürlich wenn der wenn man nur das sieht wenn man diesen Ausschnitt sieht wenn man vielleicht zufällig das Morgenmagazin sich anschaut dann hat man noch nie von Jörg Morten gehört und dann sieht man den da wie dieser Mann im mittleren Erwachsenenalter kommt halbwegs sympathisch rüber vernünftige Sachen sagt und dann sagt natürlich sei er genau so das vermittelt ja einen völlig falschen Eindruck und man fragt eben auch das ist ja das ist ja eine Fragetechnik eine dümmliche Fragetechnik wenn ich denjenigen um den es geht frage ob er eigentlich wenn ich jemanden frage ob er eigentlich was falsch macht dann sagt er nee und wenn ich ihn frage ob er was wirklich richtig übles falsch macht natürlich sagt er nein und ich glaube wahrscheinlich glaubt Herr Meuten das auch sogar das ist aber auch egal also ich kenne umgekehrt die Situation das kommt relativ häufig vor dass mich Menschen anrufen die in einer strafrechtlich in eine strafrechtliche Situation mehr oder weniger schwerwiegend geraten sind meistens weniger schwerwiegend die dann mich fragen ob das besser ist da einen Anwalt zu nehmen und ja dann sage ich wie ich also ich sage dann natürlich ist das besser ja natürlich ist das besser ja ich habe mich da so jedenfalls also ich finde das vom Journalistenhandwerk her ist das ist das verfehlt was da geschieht dass man ihn fragt ja so ich glaube ich habe es jetzt gesagt ich wollte es noch zum dritten Mal sagen ja nein also erstens vollkommen richtig zweitens habe ich es ja versucht dadurch auf den Punkt zu bringen dass ich gesagt habe so Wurst ich habe es getwittert Wurst gut oder schlecht jetzt interviewen wir mal einen Wurstfabrikanten und dann sagt der Wurstfabrikant natürlich also wenn sie meine komplett natürlich unabhängige Meinung haben wollen dann sage ich ihnen das Wurst natürlich super gut ist gibt keine Bedenken es gibt diese Studiengruppe in Bordeaux die herausgefunden hat das Rotwein das Leben weil die ja ist wirklich gegen Herzerkrankungen Herzlein und der und der und der und der Witz ist äh das ist natürlich ein guter Punkt und das kann man natürlich kritisieren in meiner Absolutheit dass ich sage die AfD oder Vertreter der sogenannten AfD gehören halt einfach nicht ins Fernsehen gehören halt nicht interviewt ich bleibe dabei aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht wenn man es macht oder wenn man der Meinung ist dass man es machen sollte dann äh muss man sich natürlich auf eine Art und Weise vorbereiten und die Leute konfrontieren ähm dass auch was dabei rumkommt wobei ich dazu einschränken sagen muss ich glaube nicht daran dass eine wie auch immer geartete Enttarnung funktioniert ich also verstehst du das ist ja diese das ist ja diese Idee so oh ja jetzt noch einen Beitrag und dann ist die AfD so richtig demaskiert klar es wird immer natürlich wird es immer Leute geben die im Zweifelsfall sagen oh das war mir so nicht klar jetzt wähle ich die AfD nicht mehr aber die bewegen sich wahrscheinlich eher im Promille-Bereich ich glaube was den einzigen Effekt den einzigen Effekt den ich auch als ehemaliger ja Parteipolitiker der Mitglied einer Partei war die extrem gehypt worden ist sagen kann ist der einzige Effekt den ich beobachte ist mehr Berichterstattung führt zu größeren Umfragewerten und wenn ganz ehrlich die die AfD oder Jörg Meuthen zu dem Vorwurf zu befragen dass sie eben diese ja die geistigen Väter solcher Straftaten sind ja das ist halt ein Auswuchs von diesem Both Sides Journalismus der eine Pest ist und wo wir hier auch schon mehrmals in diesem Podcast gesagt haben es ist nicht Aufgabe von Journalismus beide Seiten zu hören wenn du eine Person hast die dir sagt es regnet und eine Person hast die sagt es regnet nicht ist es nicht deine Aufgabe als Journalist oder Journalistin das beides aufzuschreiben sondern deine Ausgabe Aufgabe ist es aus dem Fenster zu gucken raus zu gehen und zu gucken regnet es oder regnet es nicht und dann wird die Person die falsch liegt auch nicht zitiert und wie du vollkommen richtig sagst wenn du jetzt irgendwie ja wenn du Dr. Evil aus Austin Powers interviewst und ihn fragst Dr. Evil sind sie eigentlich evil gut Dr. Evil würde wahrscheinlich sagen dass er sehr evil ist er will damit sagen natürlich können Menschen die verantwortungsloses tun immer in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen warum sie das tun beziehungsweise warum die Vorwürfe falsch ist wenn man nicht selber in der Lage wäre das vor sich selber zu rechtfertigen was man da für Unrecht tut ein Thema das wir schon lange nicht mehr hatten freiwillige Selbstkontrolle deshalb funktioniert sie in so vielen Fällen nicht weil der Bock sich darum kümmert was im Garten geschieht und das was dann im Garten geschieht ist nicht das was ein ordnungsgemäßer ordentlicher Gartenbesitzer sich wünscht also im Grunde genommen der Mechanismus der freiwilligen Selbstkontrolle wenn man Jörg Meuthen fragt ob eigentlich sein Kackhaufen da von Leuten ob okay das sollte man das sollte keine Hate Speech machen wenn man Jörg Meuthen fragt ob seine Leute geistige Brandstifte sind dann muss man kann man mit nichts anderem als der Antwort Ja rechnen ja also ich wie gesagt weil ich da keine feste Meinung habe wie ich mich nur ganz zaghaft ab und zu mal mit dieser auch jetzt kann ich nicht widerstehen zu sagen wenn man den jeglichen Raum in den Medien zustellt also gar nicht mehr sich mit also gar keinen Raum gibt also ignoriert ist natürlich auch eine Form der Kommunikation letzten Endes Ja aber es ist kann ich ja aber sorry dass ich mich da wiederhole und dass ich da so vehement bin aber es ist eine Form der Kommunikation die funktioniert also die Piratenpartei war in dem Moment als über sie nicht mehr berichtet worden ist weg vom Fenster und ich weiß dass die AfD Ja ich verstehe über natürlich auch Kommunikationswege über die sozialen Medien verfügt das wäre nochmal ein anderes Thema aber sie verfügt natürlich über Kommunikationswege wo sie wahrscheinlich eine Stammwählerschaft über den 5% immer erreichen wird ja aber nochmal dieses Interview was da zum Beispiel jetzt im ZDF geführt worden ist kann von Jörg Meuthen wunderbar wieder benutzt werden um zu sagen guck doch mal die Presse die Lügenpresse ja so wie sie die sogenannte Lügenpresse wie sie von der AfD immer genannt wird die versucht mal wieder hier den Mord an zwei Menschen in Halle politisch zu instrumentalisieren wir wehren uns dagegen wir sind ja die Rechtsstaatspartei und wir sind die armen Opfer und sorry da muss ich halt irgendwie sagen ich weiß nicht was sich die Redaktion dabei gedacht hat ich weiß nicht was der also wobei ich ich bin da ich denke bei sowas ja auch wirklich immer an die niederen Instinkte und ich glaube der Moderator hat sich halt einfach gewünscht dass er da ein tolles Interview macht das dann schön viral geht und ihm alle auf die Schulter klopfen und sagen oh da hast du aber Jörg Meuthen ganz toll vorgeführt und so funktioniert halt nicht weil er sich nicht gut vorbereitet hat und weil er auch nicht in der Lage ist Jörg Meuthen dann da irgendwie zu unterbrechen wie gesagt diese Fragetechnik ist ja auch schon komplett bescheuert du müsstest wenn überhaupt ja komplett andere Fragen stellen die möglicherweise auch dahin abzielen würde was denn die AfD konkret politisch wenn sie in der Regierung wäre wäre tun würde damit sowas nicht passiert in dem Sinne neige ich dazu eine auch öffentliche auch mediale Auseinandersetzung da mit der AfD zu nein ist gar nicht Moment dass ich dazu neige da kannst du nicht nein zu sagen das ist ein Faktum um ja weil natürlich das Ziel auch nicht ist es ist ja eine eine nicht zielgerichtete auf Herbeiführung von Bedeutungslosigkeit gerichtete Berichterstattung das ist ja auch nicht Aufgabe von von Journalismus gut ich glaube da kommen wir nicht zusammen ich muss auch noch ein bisschen drüber nachdenken ich ja wir sind uns einig dass diese Art der Berichterstattung ja was ich nämlich eigentlich sagen wollte ist ich erinnere das auch so an Befragungen von Zeugen oder Angeklagten in Strafprozessen wenn sich die Angeklagten denn dann äußern bei den Angeklagten ist eigentlich das Verhalten etwas anders aber sagen wir mal so wenn man so kritische Zeugen hat die so mit einem Bein selbst auf der Anklagebank stehen oder Zeugen hat die für den eigenen Mandanten den Angeklagten sehr ungünstig sind da gibt es nun Erkenntnisse die sind auch nicht so allzu weit verbreitet in der Justiz aber es gibt halt Erkenntnisse zur Vernehmungstechnik und wie man Leute so vernimmt dass man entweder sich selbst nicht schadet das ist meistens der Technikansatz den der Verteidiger wählt oder wie man Leute so vernimmt als Zeugen dass man nach Möglichkeit der Wahrheit so nahe möglichst nahe kommt das sollte die Technik sein die sich Richterinnen und Richter aneignen tun sie auch nicht immer aber jedenfalls und da ist nun die absolute Grundregel dass wenn du der Wahrheit näher kommen möchtest wenn du etwas aufdecken wenn du etwas zeigen möchtest wenn du etwas erfahren möchtest dass du halt nicht mit der geschlossenen Frage einsteigst ist es so dass sie und ihre Art zu reden dazu beigetragen hat dann sagt er nein natürlich sagt er nein da muss man halt schon etwas geschickter vorbereiten da muss man so ein bisschen umkreisen Typen und da muss man zum stoßen dass das jetzt dann nicht dazu führt dass die Menschen die sich aus welchen tragischen Gründen auch immer der AfD zugehörig fühlen und die wählen dass die dann sagen jetzt hat er ihn aber entlarvt jetzt wähle ich das nächste Mal Bündnisgrün Bündnisgrün jetzt hat er den Meuthen entlarvt jetzt gehe ich sofort zu Robert Habeck das wird nicht passieren aber ich persönlich würde es begrüßen wenn man genau das täte der Punkt der Punkt ist es gab in Deutschland mal einen Konsens wie man zum Beispiel über die NPD berichtet und da sah das so aus dass man eben nicht über sie berichtet oder nur dann über sie berichtet wenn sie bei irgendeiner Straftat verknackt werden oder irgendwo vor Gericht scheitern wie jetzt Udo Vogt der ist jetzt auch vor Gericht bei irgendwas wieder gescheitert ist mir sogar fast egal was Hauptsache er scheitert und ich fand das war ein ganz okayer Umgang mit der NPD weil das hat dazu geführt dass sie wirklich nur in wirklich Bundesländern wo es so rechtsextremistisches Kernland gab überhaupt ansatzweise die Chance hatte über die 5% zu kommen und dann wurde sie wenn sie in der Legislatur war komplett ignoriert von der Parlamentsberichterstattung was dann auch dazu geführt hat dass sie meistens den Wiedereinzug ins Parlament verpasst hat und dass man aus solchen historischen sag ich mal Konstanten viel Berichterstattung Wahlerfolge wenig Berichterstattung keine Wahlerfolge dass man daraus dann nicht lernt hat und seiner Verantwortung als Medium nicht bewusst ist das ist mir noch immer komplett schleierhaft ja ich neige dazu zu sagen es ist ja etwas es gibt die AfD und insofern meine ich dass über sie zu berichten ist andere Frage ist dann ob sie dann auch tatsächlich in der Talkshow sitzen muss und interviewt werden muss vielleicht eine separate Frage ich bin der Meinung dass darüber berichtet werden muss wenn Alice Weidel 100.000 Schweizer Franken selbst auf ihrem Konto findet das heißt es ist eine Realität dass es sie gibt es ist eine Realität dass es sich um eine Partei handelt und deshalb ist darüber zu berichten also man kann sie nicht komplett man kann schon aber ich würde es für falsch halten sie komplett zu ignorieren gut wir werden uns mir ist jetzt noch eingefallen jetzt haben wir sowohl über dieses rechtsextremistische Antat gesprochen und auch über die Reaktion wir haben natürlich schon sehr stark auch unsere Meinung dazu durchblicken lassen das geht bei einer solchen Katastrophe auch nicht anders wollen wir denn noch abschließend das irgendwie kommentieren ja wir können mal eine Frage stellen ich stelle mir mal eine Frage auf die ich nicht vorbereitet bin was machen wir denn jetzt ja das ist die Frage die ich mir auch stelle also jetzt ist erstmal dann schweigen man kann sich vor die sollte sich natürlich vor die Synagoge stellen man oder man ja also gegenüber es ist meines Erachtes absolut zwingend dass tatsächlich jeder und jede gegenüber Rassismus tatsächlich keine Toleranz zeigt in Alltagsdingen denn es ist natürlich sehr einfach sich dagegen auszusprechen wir haben auch wir haben es ja so gesehen recht einfach uns da drüber zu empören aber das geht an keiner Stelle und also ich begegne häufiger du wahrscheinlich auch im Alltag solchen kleineren also ich begegne keinem der mit mit einer automatischen Schusswaffe rumläuft Gott sei Dank bislang aber ich begegne schon so Leuten die sagen ah da klauen die wieder alle und da sind die Zigeuner und da sind die Syrer die jetzt hier nur unsere sauer verdienst Geldabsaugen und so weiter also das ist meines Erachtens dass man da sagt nein das ist falsch und zumindest ist klar und deutlich zurückweist das ist ein Punkt der weitere Punkt ist das eben glaube ich die der Grund Satz oder der Nährboden ist die Sprache ja sehr stark selber auf drauf achten dass man ganz schwer fällt nicht vom Scheißhaufen AfD spricht bringt es nämlich nicht wahrscheinlich dann schon Schmähkritik weiß ich nicht naja aber jedenfalls auf die eigene Sprache achtet ich glaube da habe ich selbst einen gewissen Wandel sprach ich kürzlich mit einem uns beiden bekannten Medienrechtsanwalt auch drüber der das ebenfalls so schilderte bei der Frage was an Meinungsäußerungen erlaubt sein darf in sozialen Medien da ist es dringend geboten eine Position zu entwickeln und die muss restriktiver sein als das bislang der Fall ist das ist eine neue Realität während ich früher da sehr was ich persönlich da früher in diesem Podcast über das Thema gestritten weil ich da ja auch immer sehr offen war für sozusagen ein so ein laissez-faire Ansatz eher pflegte glaube ich dass da Restriktionen Not tut gar nicht so sehr bei dem was man sagt das ist nämlich ziemlich klar geregelt und auch gut geregelt man muss gar nicht mal wesentlich mehr verbieten als heute verboten ist man muss nur da tatsächlich einen Vollzug dieser Regelung schaffen und nicht einen Vollzug der darin besteht dass die Social Media Betreiber Verstöße Rechtsverstöße an die Staatsanwaltschaften melden der allein sich darin erschöpft und dann sitzen unsere glorreichen Staatsanwaltschaften da und stellen es ein wegen Geringfügigkeit wobei Einstellung in dem Fall tatsächlicher Einstellungsgrund ist keine Kapazität oder wenn Kapazität kein Bock und also jedenfalls da ist es deutlich restriktiver zu handhaben in der Ahndung solcher Dinge weil eben die Umstände auch hier die Wirklichkeit sich einfach so weit entfernt hat von dem was als man die Beleidigungstatbestände ins Strafgesetzbuch aufgenommen hatte Realität war also wenn da einer am Stammtisch in Püttlingen sagt böse Sachen sagt ist es was anderes als wenn da jede Vollknalltüte ihre drei Gehirnfälle dafür nutzt irgendwelche volksverhetzenden Sachen an Millionen von Lesern zu verbreiten das tut ja nicht dieser eine der hat vielleicht seine 17 Follower aber unter denen und so weiter also jedenfalls das sind ja das ist so das was mir einfällt was man da selber tun kann also die erstens lässt mich das alles immer sehr ratlos natürlich zurück weil ich mich immer gefragt habe oder weil ich mich immer frage okay was also tatsächlich dieses was muss eigentlich alles noch passieren bis auch der allerletzte oder die allerletzte in der deutschen politik versteht dass wir ein immer größeres problem mit gewaltbereitem rechtsextremismus in deutschland haben und dass man mal was dagegen tun muss also ich sag mal wenn man auf antifaschistische initiativen gehört hat hätte dann wäre schon klar gewesen dass der rechtsextremismus in deutschland in den 90er jahren bereits ein großes problem war spätestens wirklich spätestens nach dem aufdecken oder der aufdeckung des nsu oder wenn man die lesart anderer menschen glaubt teilen des ns us spätestens dann hätte man mal was tatsächlich tun können und das macht mich jetzt auch so skeptisch weil es gab natürlich auch nach dem bekannt werden des nsu untersuchungsausschüsse und beschlüsse in parlamenten und so weiter und so fort und wir müssen einfach zur kenntnis nehmen dass acht jahre danach es eben in deutschland möglich ist dass es rechtsextreme terroranschläge am helllichten tag hier gibt und wir müssen zur kenntnis nehmen dass ein rechtsextremist den dr. walter lübcke in kassel hingerichtet hat und zwar nur deswegen weil er mal auf einer veranstaltung gesagt hat wem es nicht passt der kann gehen was eine ungeheuerlichkeit nachdem man zwei stunden lang den leuten in einer engelsgeduld erklärt hat was da jetzt mit diesem geflüchteten heim passiert ja ich meine muss man sich auch wirklich extrem stark angesprochen fühlen dann von diesem ja also dann hau doch ab dann haben wir dann haben wir dann haben wir Vorfälle wie in Chemnitz und so weiter und so fort ich meine man muss sich doch nur tatsächlich angucken worüber wir in den vergangenen worüber wir im vergangenen Jahr gepodcastet haben unter lauer informiert aber dann natürlich auch unter lauer und wehner christchurch lübcke chemnitz jetzt Halle wir merken doch einfach so ja du nimmst ja ja ich will ergänzen dass auch der völlig absurde politische Umgang mit Geflüchteten eine ganz erhebliche Rolle dabei spielt weil ein Klima schafft als wäre das ein Negativum für unsere Gesellschaft wenn wir Geflüchtete aufnehmen ja das spielt auch die ganze Tendenz die da zum Ausdruck kommt und vor allen Dingen auch der Eindruck entsteht es gäbe da ein wie geartet wie auch immer geartetes Problem ja das Problem ist nämlich ein anderes dass es hier teilweise so bescheuert zugeht dass die Leute gar nicht kommen wollen und dass es hier teilweise so bescheuert ist dass Leute ihr Leben so dämlich gestalten manche haben auch Pech aber die meisten haben kein Pech die die haben einfach eine so verquere Lebenseinstellung dass sie so mistig drauf sind dass sie sich nur noch flüchten können flüchten können in Hass in Hass und dummes Zeug so muss einfach auch mal ein bisschen besser drauf sein das hilft auch dann kommt man auch nicht auf solche Quatschgedanken auf so Mistgedanken eine für mich eine für mich Serie eine für mich sehr reale Perspektive und das sehe ich aber auch bei Leuten im Freundes- und Bekanntenkreis ist tatsächlich dass ich mir bei jeder dieser Aktionen sehr konkret überlege für mich okay was ist jetzt das Ereignis wo ich für mich sage ich packe hier meine Koffer zusammen und verlasse Deutschland das ist das was also weil ich weiß dass wenn björndolf höcke kanzler des vierten reiches wird oder des fünften reiches wie sie es dann nennen dann ist es für mich und auch andere leute definitiv zu spät das wäre dann wahrscheinlich ein fall im anwendungsbereich des grundgesetzlich garantierten widerstandsrechts ja ich kann mir auf mein grundgesetzlich garantiertes widerstandsrecht aber auch ein eis backen ja ich weiß es ist eine gewisse schleife ist schon klar aber vielen lieben dank für deine rechtliche expertise ich werde sie dann wenn ich im volltag keller liege werde ich diese podcast folge nochmal vorspielen und sagen hey moment aber artikel 20 grundgesetz garantiert mir doch dass ich das machen darf was ich hier mit dem Herrn Höcke machen wollte vielleicht findest du ja noch ein paar mehr bevor du im volltag keller der punkt ist halt einfach der dass ich tatsächlich mir sehr konkret in solchen situationen überlege okay was wären jetzt die sachen wo ich sage okay ich muss hier weg aus deutschland oder zum beispiel weg aus berlin ich würde nämlich zum beispiel nicht in einem bundesland leben wollen wo die afd an der regierung ist und möglicherweise den innensenator oder innenminister stellen ich weiß und das ist die überforderung dann an dieser Stelle auch ich weiß tatsächlich nicht mehr wie man bei dem aktuellen gesellschaftlichen klima die büchse der pandora um es mal so ein bisschen abstrakt zu formulieren wieder zu kriegt was meine ich damit wir sehen ja an dem artikel matthias dopfner deswegen ist es ja auch sehr gut dass wir darüber gesprochen haben dass rechte verschwörungstheorien und position mittlerweile so im medialen mainstream angekommen sind dass sie diskutiert werden wir sehen an dem interview mit herrn meuthen dass so eine aussage wie dass die afd dazu führt dass ja solche taten erst ermöglicht werden ja gegen die mal in meinen augen jetzt nicht tatsächlich was sagen kann dass die dann auf einmal irgendwie diskutiert wird im ZDF so und das ist tatsächlich ein gesellschaftliches klima wo der eskalation die eskalation folgt und eine beschäftigung mit dem faschismus im rahmen meines studiums jetzt einfach zu der erkenntnis geführt und das war ja auch das erklärte ziel zum beispiel auch der faschisten in italien die ständige eskalation also es immer weiter zu eskalieren so das heißt in der lesart ist das was wir im moment in deutschland erleben einfach komplett geplant also so im plan einer faschistischen Machtergreifung ja und meine befürchtung ist einfach dass sich die taktung dieser anschläge und ja nicht und sondern dieser terroristischen anschläge dass sich da die taktung einfach erhöht wenn nicht sowohl von politik als auch von ermittlungsbehörden dieser rechtsextreme terror endlich mal ernst genommen wird da ist aber meine meine hoffnung dass das passiert äußerst begrenzt und dass man mal sag ich mal in aller entschiedenheit gegen diese rechtsterroristischen netzwerke vorgeht ich meine diese wenn die ganzen untersuchungsausschüsse beim nsu irgendwas gebracht haben dann doch die erkenntnis dass unsere sicherheitsbehörden eigentlich relativ guten überblick haben über das was in der rechtsextremen szene passiert ja also da haben wir sozusagen auf der makroebene und auf der mikroebene maßnahmen die die hoffentlich greifen werden ja walk the talk ich sehe es im moment nicht ich sehe es im moment nicht nach nsu hieß es ja es muss entschieden gegen rechtsextremismus vorgegangen werden so jetzt wurden im neuen bundeshaushalt die mittel für so projekte wie demokratieleben gekürzt ja so dann haut die spd eine pressemitteilung raus wo sie reinschreibt ja jetzt doch nicht gekürzt und will sich dafür noch irgendwie abfeiern lassen ja weißt du es gibt so und ich meine ich bin ja noch auf der ich bin ja noch auf der insofern sicheren seite als ich mir denke dadurch dass ich aussehe wie ein weißer heterosexueller Mann könnte ich ja im Notfall noch untertauchen oder so ja people of color leute die also wirklich deutlich anders aussehen als jetzt die durchschnittskartoffel in deutschland ja die haben ja das noch krassere problem dass sie sichtbar sind dass sie seit monaten und jahren und jahrzehnten von rassismus berichten was auch nicht ernst genommen wird ja was wir uns auch nicht wirklich sag ich mal vorstellen können was aber eine realität in deutschland ist wenn du eben anders aussiehst ja und also die frage tatsächlich ich wiederhole mich aber es ist wichtig was muss alles noch passieren bis mal irgendwo an irgendeiner stelle entschieden gehandelt wird wir hatten diese komischen knalltüten die es noch immer gibt von pegida die da in dresden demonstrieren die noch immer in dresden demonstrieren wo dieser ich weiß nicht wie dieser vorbestrafte heini da von denen heißt lutz bachmann oder so jetzt erst vor kurzem wieder eine rede gehalten hat wo er so sinngemäß vorgeschlagen hat ja ja man soll doch hier die ganzen linken alle in einen graben und dann erde drüber und so vorstrafen an sich ist ja nichts schlimmes wenn man nicht gerade sich gegen vorstrafen äußert wie bitte lutz bachmann hat ja diese spezialität dass er sich insbesondere auch gegen menschen massiv geäußert hat die vorbestraft sind achso ja gut den typen kann man als menschen eh nicht ernst nehmen mir ging das alarmsignal an als du ihn als vorbestraft bezeichnest das darf man in diesem fall weil er sich selbst gegen vorbestrafte ausspricht so man muss man muss an der stelle man muss an der stelle einfach sagen dass man den natürlich als mensch überhaupt nicht ernst nehmen kann aber als rechtsextremisten muss man ihn ernst nehmen so und langer rede kurzer sinn wir sind in einer situation wo auch der allerletzte voll depp verstehen kann wir haben ein problem mit rechtsextremismus selbst Horst Seehofer hat es offenbar selbst Horst Seehofer hat es verstanden eindrucksvollerweise und die Frage ist doch passiert jetzt was passiert was nicht oder eskaliert das in dieser Form immer so weiter und dazu muss man noch dazu haben wir noch gar nichts gesagt der Stefan Negemeier hat auch dankenswerterweise in einem Tweet eine Veröffentlichung von einem Kriminalpsychologen Jens Hoffmann getwiddert und 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 Art wie Medien über Gewalttaten berichten hat einen Einfluss darauf wie attraktiv sie für mögliche Nachahmer sind und da muss man dann an der Stelle sagen dass Teile der deutschen Medien also nicht nur die Bild Zeitung sondern leider auch der Spiegel in ihrer Berichterstattung der einfach wirklich ganz gängige Standards die es mittlerweile eigentlich gibt oder zumindest geben sollte in der Berichterstattung über diesen Terroranschlag einfach nicht beachtet haben bedeutet sie nennen den Namen des Attentäters sie zeigen Fotos des Attentäters sie zitieren in Länge aus seinem sogenannten Manifest sie zeigen in Länge dieses selbst aufgenommene Video sie zeigen den Typen so dass er demnächst auf irgendwelchen T-Shirts erscheinen wird wahrscheinlich zumindest in der rechten Szene außer der rechten Szene dieser Kriminalpsychologe gibt so Empfehlungen wie nennen sie keinen Namen zeigen sie keine Gesichter dämonisieren sie den Täter nicht ich glaube das ist auch ganz wichtig da hattest du vorhin diese Floskel gebracht mit dem feigen Attentäter oder so vollkommener Quatsch also gibt keine mutigen Attentäter ja so und das sind alles so Sachen wo ich mir echt so die Frage stelle bei Christchurch zum Beispiel hat das doch wunderbar funktioniert also ich weiß gut jetzt ist Neuseeland ein kleineres Land ich glaube Neuseeland wobei gut es gibt auch Fox in Neuseeland aber selbst die sie müssen ja egal wie Neuseeland das macht müssen wir damit umgehen und das einzige was wir vielleicht feststellen können ist Neuseeland ist in der Lage mit sowas umzugehen die Bundesrepublik Deutschland anscheinend nicht und es gibt keine Gründe dafür dass wir damit nicht umgehen können weil eigentlich sind wir glaube ich zumindest mindestens genauso intelligent oder doof wie der durchschnittliche Neuseeländer deswegen will mir das nicht in den Kopf dass man dem Attentäter dort so viel Raum gibt wie das in den letzten Tagen passiert ist denn man muss auch hier sagen dass der Kern des Attentats also das Vorgehen von diesem Mann ist als solches ja völlig muss man sagen nicht berichtenswert also der also gibt Raum für Missverständnis also das Ganze ist ja vor allem auf der Metaebene interessant das Ganze dieses ganze Ereignis ob das jetzt dieser eine Mann ist oder ob es ein anderer ist sondern das Ereignis als eher abstraktes ist wichtig interessant dieser konkrete ich versuche es mal kann ich es mal versuchen anders zu formulieren wenn jetzt irgendeine x-beliebige Person in Halle eine Frau und einen Typen in einer Dönerbude erschossen hätte dann würden wir jetzt wahrscheinlich nicht in dieser Form darüber podcasten mir fehlt jetzt die Kraft es nochmal aufzudröseln aber dadurch dass er rechtsextremer ist und dadurch dass es ein rechtsextremer Anschlag war dadurch reden wir darüber diese Persönlichkeit ist völlig wahrscheinlich völlig nichtig von diesem Typen das Phänomen ist aber in einer breiten Ebene wichtig interessant und schockierend sodass man diese dieses Ereignis behandeln kann ohne man kann es perfekt behandeln ohne dass man darauf eingeht dass der jetzt Jürgen W. heißt oder so etwas was er nicht tut was er nicht tut oder ohne sein Gesicht zu zeigen oder ohne wenn man sagt dieses Manifest sogenannte das kann man auch abstrakt beschreiben was da drin steht das muss man nicht veröffentlichen der Einzelfall als solcher ist nicht das Relevante sondern das Gesamtbild das versuchte ich zu sagen ist eigentlich auch gar nicht so wichtig ich will damit eigentlich nur damit will ich nur sagen dass eine Berichterstattung perfekt und ohne weiteres möglich ist ohne auf diese Person einzugehen und sie zu heroisieren oder zu dämonisieren ohne Negativ-Effekte durch die Berichterstattung zu schaffen ja es tut auch an der Stelle nichts zur Sache weil ich gehe noch mal auf diesen Spiegelartikel zurück wo sie den Attentäter dort tatsächlich auch im Wortlaut zitieren in seiner Einlassung gegenüber dem Bundesrichter dort wo er wo er wohl tatsächlich gesagt haben soll es ist jetzt ein Zitat er würde sich jetzt nicht als Nazi bezeichnen sondern als Juden kritisch und also ich da mir so denke gut jetzt haben wir es hier wiederholt jetzt haben wir es hier wiederholt ich entschuldige mich dafür in aller Form aber das ist tatsächlich eine Information die ich nicht brauche sondern Zitat Clemens Binninger hier spricht die Tat für sich wenn jemand an Jom Kippur sich zutritt zu einer Synagoge verschaffen will mit Waffengewalt mit dem erklärten Ziel die dort feiernden also den Feiertag feiernden Jüdinnen und Juden umbringen zu wollen denn dann muss ich nicht dann muss ich noch nicht mal wissen ob der eine harte Kindheit hatte oder so Menschen die sowas tun oder tun wollen katapultieren sich einfach vollkommen aus dem worüber noch man noch vielleicht diskutieren könnte oder sonst irgendwas ich weiß es nicht sondern da geht es einfach da sind die einzigen Fragen die mich interessieren hat er der Leute die ihm geholfen haben und hat er wo hat er sich auf diese Art und Weise radikalisiert um zu verstehen wie man das in Zukunft bei anderen Leuten vielleicht verhindern kann und wir haben Berichterstattung gehabt jedenfalls ist ja abstrakt gesehen die Berichterstattung da wo sie nicht erforderlich ist um diese Angelegenheit um ein Ereignis so abzubilden dass man sich damit auseinandersetzen kann da wo das nicht erforderlich ist hat auch keine Berichterstattung zu erfolgen was jetzt einem Einzelnen interessiert ist da gar nicht so das relevante Kriterium und dass man natürlich vermeiden muss dass dass man das noch befeuert ja völlig klar und dass es Presseorgane gibt die das nicht immer wieder immer wieder falsch machen bewusst falsch machen ist auch obviest das Schlimme an der Stelle ist wenn es jetzt nur die Welt und die Bild wären würde ich ja sagen okay es ist ein klar eingrenzbares Problem aber wenn ich mir das ZDF anschaue wenn ich mir selbst den Spiegel anschaue wenn ich mir anschaue und das ist vielleicht noch das haben wir gar nicht erwähnt aber das soll zum Schluss weil wir ich merke Ulrich dekompensiert dekompensiert ich bin grad so ich bin grad so ja du bist ja auch sehr in Rage jetzt vielleicht machst du noch ein bisschen weiter ja ohne dich wir machen einfach einen Ulrich Simulator ich brauch so eine wo du immer so ja und Christopher das ist ein ganz toller Gedanke nein aber letzter Satz vielleicht noch zu dem Thema also wer ja auch wirklich Bock geschossen hat war ja NTV mit seiner Live-Berichterstattung und NTV hat tatsächlich einen Überlebenden interviewt aus dieser Dönerbude der also sich dort auf dem Klo versteckt hat damit er nicht erschossen wird und die NTV Reporterin vor Ort hat ihn tatsächlich gefragt ob es sich denn jetzt bei dem Täter um einen Deutschen gehandelt hätte oder eher um einen Ausländer und da muss man sagen sind ja die Koordinaten unseres Mediensystems auch irgendwie so dermaßen verschoben dass man ja schon anscheinend irgendwie den rechten Shitstorm antizipiert und erstmal klären muss ist denn jetzt der Täter ein Deutscher ja oder ist der Täter ein Ausländer und dann hat das anscheinend in der Logik dieser Fragenden irgendwelche Auswirkungen auf die Berichterstattung oder auch nicht es ist auf jeden Fall einiges im Argen ja wir fangen bei der Sprache an und bitten Horst Seehofer dass er sich Kraft seines Amtes um die Bekämpfung Eindämmung und Verhinderung von rechtsextremistischen Handlungen und gar Straftaten bemüht ja und hoffen dann und hoffen ja Hoffnung ist tatsächlich das Einzige was einem an dieser Stelle bleibt und natürlich dass man sich mit Leuten die von dieser rechtsextremen Gewalt direkt betroffen sind tatsächlich solidarisch verhält weil das was diese Leute nicht gebrauchen können ist dass man denen irgendwie sagt oh ja ich fühle mit dir er war ja auch ein Angriff auf mich er war ja auch ein Angriff auf mich sondern was diese Menschen brauchen ist konkrete Hilfe und konkrete Hilfestellung so ich glaube aber dass wir jetzt nach 2 Stunden und 25 Minuten Karamba wie die Zeit vergeht wie die Zeit vergeht den Sack zu machen war ein bisschen zäh für mich aber das liegt ja ja das ist das ist wie der Kollege Kollege wie der Mensch da heute der heute diesen Weltrekord oder diesen Nicht-Weltrekord Eliud Kipchoge genau da sollten wir noch drüber reden Marathon in unter 2 Stunden gelaufen 1 Stunde 59 Minuten und ich glaube 24 oder 34 also jedenfalls sehr beeindruckend weiß ich richtig und jetzt sind wir direkt schon wieder beim jetzt sind wir direkt schon wieder beim Medien bei der Medienkritik weiß ich wo ich wieder direkt einen Föhn gekriegt habe war der Tagesspiegel twitterte das die Meldung raus und schrieb direkt in der Überschrift zum Tweet der um der umstritt dass dieser Versuch ja umstritten sei und wo ich mir echt so denke ey der Typ ist der aktuelle Halter des Weltrekordes für den Marathon also auch für den offiziellen den offiziellen Weltrekord und das war kein dass dieser dieser Versuch den Marathon unter zwei Stunden zu laufen war nicht umstritten sondern dadurch dass das ein also da war von Anfang an klar sehr spezielle Bedingungen dass das sehr spezielle Bedingungen sind der inoffizielle Weltrekord damit ist dann aber auch gut ja genau der hat nicht der hat das nicht gemacht um tatsächlich einen neuen Weltrekord zu laufen sondern einfach um zu zeigen weil das natürlich auch ein mediales Ereignis ist ich nehme mal an der sammelt da auch dann fleißig Sponsorengelder ein und so wollen ja auch alle irgendwie dabei sein ja und das muss man dann aber auch alles wissen das fand ich so beeindruckend dass er schon 2017 versucht hatte das mal hinzukriegen in Monza Monza und dort ist es ihm nicht gelungen und dann haben sie und tatsächlich auch um 25 Sekunden also wenn er irgendwie 26 Sekunden schneller gewesen wäre dann hätte er es geschafft und das war jetzt einfach ein Versuch und dann wurde er auch dazu interviewt was er jetzt anders macht und dass er sagt das wichtigste ist Psychologie das heißt er hat da auch so Läufer die ihn begleiten und ihn dann auch irgendwie antreiben ganz frugal in einer Trainingsgruppe vorher ja so das ist natürlich vielfacher Millionär aber eine Wettkampfvorbereitung so auch in der Vorbereitung auf dieses Projekt lebt er dann da mit so ein paar Schüsseln Reis in der Hütte also tatsächlich und dann putzen die da auch sehr und so weiter und auf jeden Fall auf jeden Fall ist das fand ich das so dumm diese herausragende Leistung einen Marathon unter zwei Stunden zu laufen dann dadurch abzuwerten dass man sagt der Versuch ist nicht unumstritten und das Schlimme ist ich habe dann den Artikel gelesen da stand niemand drin der das jetzt tatsächlich kritisiert hat weil der sich ja auch nicht hinstellt und sagt ich bin jetzt hier in einem Weltrekord gelaufen ja das ist das was im englischen Sprachraum glaube ich echt als Attitude Problem bezeichnet wird wenn einfach deine Einstellung falsch ist ja weil also dieses ich habe das tatsächlich auch ein wenig verfolgt es gab ja einen Livestream ja und das war also ich dachte auch zunächst dachte ich ja prima was 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 ein Quatsch aber das war aber das war eine derartig perfektionierte Veranstaltung die haben also das was man im Oktober des Jahres 2019 aus einem menschlichen Körper in der Rubrik Langstreckenlauf rausholen kann haben die rausgeholt ja was man da optimieren kann haben die optimiert die haben also da im Rahmen dieses Projekts das tatsächlich einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet hat haben die das war so ein Rundkurs das heißt es gab also entsprechende Kurven haben die die leicht überhöht sodass er durch so eine Steilkurve gelaufen ist ja also wirklich fantastische Sachen wie dieses Auto das da vorfuhr und die Ideallinie mit einem Laser auf die Straße zeichnete also ganz großartige Sachen und ich fand da einen ganz großartigen Ausdruck von Freude den dieses Team die offenbar viele Monate zusammengelaufen sind und zusammengearbeitet haben eine großartige Freude die die zum Ausdruck gebracht haben abgesehen davon dass diese 41 Pacemaker die meisten kamen direkt aus Doha wo die sie an der Weltmeisterschaft also ganz also wirklich also da gibt es so viele Dinge die faszinierend sind so als Gesamtkunstwerk als Gesamtkunstwerk das ist also dass man also schon wirklich sagen wir mal eine Verknüpfungsstörung im neuronalen Netz haben vielleicht hat wenn einem als erstes einfällt also das ist aber kein offizieller Weltrekord ja hat er auch nie gesagt hat er nie gesagt hält selbst den offiziellen Weltrekord aufgestellt in the city of Berlin der letzte Woche erst oder so oder vorletzte Woche erst ich glaube da hat er nicht den Weltrekord aufgestellt den hat er glaube ich in einem anderen Jahr aufgestellt aber ist natürlich geschickt dass man da den Weltrekord Inhaber nimmt dass man dem nicht vorwirft er würde schummeln und sich einen Weltrekord erschummeln aber niemand hat gesagt hey das sind ja keine also es haben viele gesagt das sind ja keine Wettkampfbedingungen aber niemand hat irgendwie gesagt doch ja ich wollte gerade sagen es sind zwar 41 Läufer das war auch wenn man das gesehen hat das war ganz kultig dann waren dann wurden eigentlich wollte ich das erste nur mal sehen bis die einmal wechseln dann haben die so rasend schnell so dass man gar nicht mitgekriegt hat waren dann da plötzlich andere um den herum in so einer V-Formation umgekehrte V-Formation also ja und gelaufen sind und dann hat es mich so fasziniert dass ich es weitergeschaut habe und dann waren plötzlich hatten die wieder gewechselt und dann waren wieder die vom Anfang da ja also fantastische Sachen die er gemacht hat ja also irgendwie Schuhe die an den Asphalt angepasst waren und dann es liefen ja auch noch zwei hinter dem um Luftverwirbelungen aber es war großartig ja der hat das im Interview erklärt dass er gesagt hat ja und die Strecke ist sehr flach und die sind so viele Bäume das heißt er hat nicht so viel Wind und so also wo ich mir echt so gedacht habe wow eine richtige Wissenschaft und es ist tatsächlich sehr beeindruckend man muss sich halt vorstellen das ist jetzt ein bisschen Mathematik aber wenn man einen Marathon der ungefähr 42,5 oder so Kilometer sind 42,195 ja genau um einen Marathon in dieser Geschwindigkeit zu laufen muss man im Durchschnitt 21 kmh laufen so das heißt der Mann ist mehr als 21 kmh gelaufen über eben eine Stunde 59 Minuten und wer wissen will wie schnell 21 kmh sind kann sich ja mal aufs Fahrrad setzen und in die Pedale treten und braucht natürlich ein Tacho aber Leute das ist jetzt erfordert Kraft auf dem Fahrrad und also es kann auch jemand mal versuchen der ist 41 mal 1000 m in 2 Minuten 50 Sekunden gelaufen das kann man auch mal versuchen das schafft man nicht also du schaffst nicht 1000 m in 2 Minuten 50 ja weil da müsste man 21 kmh laufen muss man 51 laufen ja hab's jetzt man könnte es jetzt auch noch runterbrechen auf die 100 m Zeit selbst da könnte es eng werden ja für Leute die nicht so gut trainiert sind wie du und ich ja da ist irgendwas über 12 Sekunden so ungefähr ne kriege ich zum Beispiel auch nicht hin also ich kann ich kann mich noch daran erinnern als ich früher noch regelmäßig ins Fitti gegangen bin und da immer auf dem Laufband stand fand ich es ab 10 km 10 kmh 10 kmh ja joggen fand ich schon unangenehm ja 10 kmh das war okay so da läufst du halt überraschenderweise 10 kmh in einer Stunde da läufst du natürlich den Marathon über 4 Stunden das ist ja für den Hobbyläufer 4 Stunden das muss man schon runterschaffen ich will damit nur sagen ich fand die 10 kmh schon knackig ich bin oft nur bei 7,5 oder so gelaufen ja will damit irgendwie sagen ich finde ja Attitude Attitude Problem fasst es richtig gut zusammen die ja das ist einfach Mist wenn man so schlecht drauf ist dass man da nur dass man nur dass man bei so einer Veranstaltung nur sie ja so da muss man an sich arbeiten genau schön schön dass du diese diese Kurve zu diesem erfreulichen Ereignis gekriegt ich bin ja auch wieder ein bisschen aufgewacht genau ich merke das auch gerade du bist wieder richtig aufgewacht aber eine ganz andere Sache die wir jetzt kurz vor Schluss noch machen müssen weil ich fände den Vorgang an sich bemerkenswert und wenn wir es nächste Woche machen reden wir nicht mehr drüber weil dann ist es schon wieder Schnee von gestern aber der Literaturnobelpreis in diesem Jahr wurde von der schwedischen Akademie an jetzt hätte ich schon fast Slobodan Milosevic gesagt was was gar nicht so weit von der Realität entfernt ist sondern an Peter Harnke 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 ist der vom ZDF und wer ja Harnke stimmt vielen lieben Dank und wer also auch ein Attitude Problem hat das lässt sich glaube ich in dieser Kürze assistieren ist die schwedische Akademie ne also wie man auf die Idee kommen kann auf der also der Simon Weiss ehemaliger Kollege aus der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus der hatte einen sehr schönen Link getwittert einer japanischen Zeitung die das Ganze kommentiert hat mit Nobel Prize for Literature goes to a foreigner das sagen die natürlich weil die seit Jahrzehnten darauf war Haruki Murakami endlich mal ein großer Läufer by the way auch ein großer Läufer dass der den Preis kriegt aber am klarsten formuliert hat es die PEN jetzt weiß ich gar nicht wie man das nennt Association oder so PEN sind drin ja PEN steht da drüber ist egal I don't know aber dieser Zusammenschluss der schreibenden Zunft den es ja auch in Deutschland und überall halt gibt so weil der Internationalismus ist ja ein ganz großer Gedanke von PEN auch die haben es am deutlichsten formuliert sie haben da also wirklich ein gepfeffertes Statement rausgegeben in den USA wo sie gesagt haben ja okay also normalerweise kommentieren sie nicht die Preisverleihung anderer Organisationen weil da hat jeder andere Kriterien und da will man jetzt nicht aber sie sind dumpfounded dumpfounded auch ein sehr schönes amerikanisches Wort das drückt so Verblüffung aus aber so Verblüffung im Sinne von also jetzt weiß ich auch nicht mehr was los ist sie sind dampffounded bei der Entscheidung der schwedischen Akademie den Literaturnobelpreis an Peter Handke zu verleihen und zwar jetzt lösen wir auch aus warum weil er die Kriegsverbrechen die da im Bürgerkrieg in Serbien stattgefunden haben weil er die regelmäßig relativiert ja er war der einzige Verteidiger von Slobodan Milosevic neben einem Slobodan Milosevic zugewiesenen Pflichtverteidiger beim Verfahren gegen Slobodan Milosevic vor dem Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag also vor dem former Jugoslawyer also dem Spezialtribunal ja da hat Peter Handke ich kriege es jetzt nicht auf Anhieb reproduziert aber Peter Handke hat sich jedenfalls seinerzeit in einer Weise pro-serbisch nicht nur pro-serbisch sondern mittelbar jedenfalls wenn nicht gar unmittelbar auch pro-serbische Kriegsaktivitäten geäußert die außerhalb von Serbien nicht ihresgleichen fand und war da völlig im Abseits aus welchen Gründen auch immer und hat sich da eigentlich völlig diskreditiert ja und jetzt ist er wieder da stand wohl ich habe eine Sache von Peter Handke mal ein Theaterstück Kasparosa gelesen gut wir sind keine Literaturkritiker wir sind auch natürlich der beste Literaturpodcast bin ich nicht drauf vorbereitet aber also Peter Handke habe ich auch immer also ich mag ihn auch nicht wen ich da empfehlen kann ist tatsächlich im Moment Sasa Stanisic ich hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen der ja eben ein Geflüchteter ist eben genau dieses Bürgerkrieges und der also ich glaube wenn jemand nicht damit klarkommt dass Peter Handke den Literaturnobelpreis erhalten hat dann er er ist ja auch selber Autor das tut wahrscheinlich schon weh er regt sich jetzt nicht auf weil er regt sich jetzt nicht auf weil er ihn nicht gekriegt hat sondern er regt sich auf weil er natürlich unmittelbar betroffener ist dieses ganzen Konfliktes den Peter Handke dann da immer wieder auf eine Art und Weise verteidigt und verklärt hat die ihn in rechtliche Bedrängnis glaube ich gebracht hätte zumindest in Deutschland wenn er sich in ähnlicher Weise über den Holocaust geäußert hätte und das muss man das muss man an dieser Stelle sagen dass er da tatsächlich also Massenmorde rechtfertigt beziehungsweise leugnet dass es sie nicht gegeben hat und so das ist einfach total irritierend dass eine solche Person einen solchen Preis bekommt ja also seine Äußerungen werden auch noch heute als zumindest wirr bezeichnet ich glaube sie waren verfehlt seiner Zeit aber ja also bitte keine Bücher jetzt von Peter Handke kaufen das macht sowieso keinen Spaß den zu lesen ich habe da habe ich ja schon getwittert das Einzige was ich zu Peter Handke sagen kann ist dass dieses Buch die Angst des Tormanns beim Elfmeter da sieht man ja schon dass er keine Ahnung hat ja erstens das und zweitens dieses Buch war Teil der sogenannten SZ Bibliothek das war so eine Buchreihe die die Süddeutsche Zeitung im Jahre 2003 2004 mal rausgebracht hat die habe ich und da ist das drin und dann habe ich vor also es sind ja mittlerweile auch 16 Jahre 16 Jahre versucht dieses Buch zu lesen habe mir gedacht hui hui ich verstehe kein Wort da höre ich dann mal besser wieder auf aber auch jetzt nicht weil es also es war einfach ich konnte mit dem was er da schreibt nichts anfangen ich fand das tatsächlich wirr ja wirr ist das richtige Wort also ich finde selbst mit ich sehe jetzt auch selbst mit Grundkenntnissen der des Fußball Sports kommt man glaube ich zum Ergebnis dass beim Elfmeter der Torwart eigentlich am wenigsten Angst hat der kann ja nur gewinnen der kann nur gewinnen ja das fand ich schon irgendwie schräg wahrscheinlich ja und Peter Hanke Grabrede auf Slobodan Milosevic tja schwieriger Typ also wirr trifft es wahrscheinlich im mindesten ja fand ich auch irgendwie doof ja doofes Ereignis ja wir leben in spannenden Zeiten ja doofes Ereignis jagt gutes Ereignis ähm Elliot Kipchoge und Horst Seehofer die Männer der Woche Männer der Woche so liebe Hörerinnen und Hörer wir haben jetzt sehr lange gepodcastet ich hoffe es hat euch gefallen wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt habe ich am Anfang des Podcasts erklärt wir freuen uns über eure Unterstützung wir freuen uns insbesondere darüber wenn ihr diesen Podcast weiter äh empfehlt und ich würde mich freuen wenn es eine Hörerin oder einen Hörer gibt der mir möglicherweise bei dem technischen Problem noch helfen kann was ich beschrieben habe ansonsten wünschen wir euch eine gute äh Woche oder kommt gut durch die äh nächste Woche ähm äh entspannt euch habt positive Gedanken und dann hören wir uns wieder bei diesem phänomenalen Podcast Lauer und Wehner macht's gut tschüss tschüss Das war's.